Einfühlsamkeit bezeichnet laut Dorschs Psychologielexikon sowohl die Fähigkeit als auch die Bereitschaft, Empfindungen, Emotionen, Gedanken, Motive und Persönlichkeitsmerkmale einer anderen Person zunächst zu erkennen und emotionale Anteile nachzuempfinden sowie kognitive Anteile zu verstehen, also deren Perspektive zu übernehmen und letztlich dieses Verständnis in passenden Verhaltensreaktionen auszudrücken. Dieses durchaus herausfordernde Unterfangen verlangt neben beidseitiger Bereitschaft und ausgeprägten interaktionalen Fertigkeiten auch passende Situationsbedingungen wie zum Beispiel interpersonelle Ähnlichkeit oder gute ausgeglichene Stimmung. Den Gegenüber wahrhaftig zu sehen, dessen Wesenskern sichtbar zu machen, sowohl Bereitschaft, Fähigkeiten als auch die Schaffung optimaler Bedingungen ergänzen sich mit diesem Ziel im Gespräch mit ihrem Moderator Edgar Einfüßer. Und das war ja dann wohl mein Stichwort. Ich begrüße herzlich alle zuhörenden Personen. Ich treffe hier gerne verschiedene Menschen aus Kunst, Kultur, manchmal auch Politik oder Wissenschaft und spreche mit diesen über ihre Arbeit und alle daran gekoppelten Themen. Gerne möchte ich mit euch pro Podcast-Staffel etwas Kleines Gutes tun. In den Shownotes findet ihr einen Spendenlink. Am Ende jeder Staffel überweise ich die durch euch zusammengekommenen Gelder und einen Betrag, den ich selber spende, zu 100% an ein gezieltes Projekt innerhalb eines Vereins oder einer GGMBH. Für diese Staffel habe ich mir einen Partner der Arbeiter Wohlfahrt im Mannsfelder Land in Wernigerode rausgesucht, die sich gezielt stationär um Kinder aus schwierigen Verhältnissen kümmern. Wenn ihr Bock habt, checkt doch mal Folge 4 ab. Am Ende der Episode habe ich ein kurzes Interview mit der Einrichtungsleiterin geführt, damit ihr einen besseren Eindruck von der Tätigkeit der Institution gewinnen könnt und was wir mit dem Spendenziel so alles machen können. Vielen Dank für eure Unterstützung in einer dieser Form oder auch einfach nur für eure geschätzte Aufmerksamkeit. Gerne könnt ihr auch so gut sein und mir auf Instagram als Edgar einfühlsam folgen oder bei Spotify, Apple und so weiter eine gute Bewertung in Form von 5 Sternen da lassen. Folge 13 zu Gast Panikpanzer. Mit dieser Folge erfüllt sich der Antilopen Gang Interview Ultra in mir einen Herzenswunsch. Mit einem szene-kulinarischen 2-Stunden-Gespräch hole ich mir die Panikpanzer-Zeit, welche in meinen Antilopen Gang Interviews mittels kryptischer Edgar-Gesprächsführung immer etwas zu kurz geraten ist. Wie er Mitglied in allen Parteien wurde und welcher Weg ihn dieses Jahr noch vor seinem ersten Studioalbum zu seinem ersten Buch geführt hat. Solche Dinge interessieren mich und euch auch. Deshalb habt ihr wieder eingeschalten und deshalb macht ihr mich glücklich und deshalb wünsche ich euch mal wieder viel Spaß beim folgenden Gespräch. Ihr Hallöchen, meine lieben Freunde. Hier spricht der zweitbeste Mensch der Welt, Edgar einfühlsam und ich habe mir nun endlich den besten Mensch der Welt dazu geholt. Lieber Panikpanzer, ich grüße dich aus tiefstem Herzen. Hallo, ich freue mich, dass ich hier bei dir sein darf und heute sind wir gemeinsam die besten Menschen der Welt. Ich finde das irgendwie unangenehm, so hierarchisch in ein Gespräch einzusteigen. Ja, das ist schön und das war auch wie so ein kleiner Test, den du bestanden hast. Also ich habe gehofft, dass ich dir mit dem, was ich sage, den Nährboden liefere für diese Antwort. Eigentlich hast du gehofft, dass ich sage, dass du der beste Mensch der Welt bist und dass ich dir irgendwie versuche zu schmeicheln in irgendeiner Form. Das war Fishing for Compliments, sei doch ehrlich. Ja, absolut, aber du weißt ja, dass für eine Frage auch manchmal mehrere Antworten gelten und in einem Multiple-Choice-Verfahren wäre sozusagen die eine Option gewesen, du bestätigst mir, dass du der beste Mensch der Welt bist. Da wärst du durchgefallen. Entweder du gestehst mir das in altruistischer Manier zu oder du machst uns beide zu den besten Menschen der Welt. Also Letztgenanntere zählen beide. Okay, ja, es war sehr ich, dass ich uns zumindest für die Dauer des Gesprächs auf die gleiche Ebene hiefe. Wenn wir aufgelegt haben, sieht es natürlich anders aus wieder. Ja, absolut. Ja, und wir präzisieren das jetzt auch nicht. Da geht jeder mit seiner Realität dann wieder in das Leben zurück. Das finde ich gut, ja. Ich finde das schön. Man muss im Vorfeld auch sagen, zu deiner Gastierung hier in meinem Format, das erfolgt natürlich unter streng definierten Vertragsauflagen seitens deines Managements, dass ich mich in meiner Verständlichkeit in einem definierten Rahmen aufhalte. Ich fand es auf jeden Fall süß, dass du gesagt hast, du hast Angst, dass ich wieder Dinge sage, die du nicht verstehst. Von daher mein Versprechen, dass das hier sehr stringent wird heute. Ja, ich bin sehr gespannt, ob du das hinkriegst. Ich finde, dass es jetzt schon hier und da haarig wird. Altruistisch ist eben gefallen und so weiter. Es kommt halt daher, wir haben uns ja schon ein paar Mal getroffen mit der Antilopen-Gang und da hast du noch in Videoform interviewt und ich glaube, man kann das sogar in diesen Videos ganz gut beobachten und analysieren, wie ich so immer mehr zurückfalle und einfach so, ey, ich komme hier einfach nicht mehr hinterher. Ja, ich verstehe es einfach nicht mehr. Ich finde das aber auch gar nicht schlimm. Ich fand das dann auch irgendwie immer lustig und schön, einfach den Gesprächen zu lauschen und einfach auch irgendwie auf eine Art dabei immer dümmer zu werden, obwohl ihr so kluge Sachen sagt. Ja, aber ich dachte, wenn wir zu zweit nur sprechen, ohne meine beiden klugen Brüder, dann bitte ich dich, das Interview in einfacher Sprache zu halten. Man muss ja auch irgendwie dazu sagen, es kommt ja immer so auf das Framing an. Also das heißt, wenn wir uns in der Antilopen-Gang-Zusammensetzung gefunden haben, oftmals analog zu einem Werk von euch, dass ja auch sehr, also wie ich finde, trotzdem sehr viele intelligente Angriffsflächen, Angriffsflächen ist das falsche Wort, Konsultationspunkte bietet. Sorry für das Wort. Und, ähm, du musst mir sowieso selber aufpassen. Ähm, und dass ich aber immer, ich hatte immer so ein leicht, also das ist sehr definiert gewesen, dieses Framing, immer an das Album gekoppelt. Ich schiebe aber schon lange so einen asexuellen Crush auf dich und hab gedacht, ich würde einfach gerne mal, ich würde einfach gerne mal mit dir plaudern. So, von daher haben wir jetzt, äh, gar keinen richtigen Ausrichtungspunkt. Ich will dich gar nicht verhaften auf, auf irgendwelche Textzeilen. Ähm. Schade. Schade Schokolade? Also ich könnte das tun. Ich, ich hätte, ich arbeite ja auch, ist mir so retrospektiv aufgefallen in den letzten Folgen. Ich arbeite jede zweite, dritte Folge, arbeiten wir mit irgendwelchen Anti-Lupen-Gang oder Fat-Tony-Zitaten. Allein in der Fat-Tony-Folge, äh, haben wir, glaube ich, im Gesprächskontext dreimal Danger Dan zitiert. Also, ähm. Oh, wow. Ja. Es hat schon biblische Ausmaße. Ja. Ich bin, ich bin aber auch nicht so der Zitat-Typ, weil ich mir Zitate nicht merken kann. Das heißt, das bleibt dann bei dir. Du musst die, du musst die Zitate einbauen. Ja. Aber kannst du das verstehen, so diese Faszination von Menschen, die, die das so super mystisch, oder, oder, äh, determiniert finden, in sich schlüssig, dass irgendwie eine Lebenssituation genau auf diese zwei Zeilen passt, ja. Wie zum Beispiel eine Danger Dan-Zeile. Ich kann das total verstehen und ich wünschte, ähm, ich wünschte, ich, 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 ich könnte das auch, äh, so machen. Also, ich wünschte, ich könnte durchs Leben laufen und, und irgendwie Situationen mit, mit, mit Zitaten, ähm, bekleben. Aber irgendwie, ich, äh, ich bin nicht so der Merker tatsächlich. Es ist ein bisschen unangenehm, wie das Gespräch einsteigt, weil erst sage ich, du bist, du redest mir zu kompliziert, dann sage ich, ich kann mir nichts behalten. Ich will mich jetzt ja auch nicht irgendwie so, so seltsam zu so einem, zu so einem Dummi stilisieren. Aber, ähm, tatsächlich ist so, ich habe manchmal das Gefühl, meine Kapazitäten sind irgendwie ein bisschen begrenzt. Als hätte ich sehr lange gekifft, aber habe ich nicht. Ja. Also, ich, äh, erkenne da, gestatte mir ein wenig rum zu psychologisieren bei dir. Ich, äh, erkenne da so zwei Komponenten, äh, also einerseits sehe ich da Inselbegabung, weil es tut mir leid, die Dinge, die du tust und die Dinge, die du sprichst oder rappst, äh, die lassen dich alles andere als, äh, inkompetent oder, oder, äh, dummen Typen darstellen. Also, man, ich, ich zumindest attestiere dir aus meiner Wahrnehmung heraus, die zählt ja auch, äh, eine, äh, eine gewisse Finesse in bestimmten Lebensbereichen. Würde ich aber auch. Ja, super. Das finde ich, das ist immer gut, wenn, wenn Fremd- und Selbstwahrnehmung so ein bisschen übereinstimmen. Ähm, und zum anderen sehe ich da aber auch so, äh, so eine Antihybris. Also, ich, ich glaube, du willst dich auch nicht, wie, wie mit dem besten Mensch der Welt, da ist auch so eine gewisse, äh, Solidarität dabei. Du willst dich da jetzt auch nicht mit fremden Federn schmücken und auch gehst mit deinen eigenen Schwächen offen, offen ins Feld, ähm, um, um da irgendwie kein falsches Bild von dir zu zeichnen. So, so einen Eindruck habe ich. Ja, das ist, hat sich irgendwann so, ähm, hat sich irgendwann so eingebürgert tatsächlich, dass man irgendwie in jeder, also immer viel zu schnell auch irgendwie seine, seine Schwächen offenlegt. Äh, du, manchmal würde ich das auch gerne lassen, aber das ist einfach, es ist so, es ist so ganz fest drin in einem mittlerweile. Ich glaube, es ist, es hat auch so ein bisschen was zu tun damit, wie wir als Antilopengang immer gearbeitet haben und eigentlich war das vielleicht auch anfangs so eine Art Stilmittel, wie wir uns präsentieren, wie wir Texte schreiben und so, ne? Also auch so, äh, bevor die Antilopengang eine Band wurde und mehr so ein loser Zusammenschluss war, war das ja auch oft so, dass wir eine große Freude daran hatten, während die, die gesamte andere Rap-Welt, äh, immer ihre Stärken aufzählt, das einfach nur umzudrehen, ganz dumm und einfach nur zu sagen, das kann ich nicht, das kann ich auch nicht und da bin ich auch sehr schlecht drin. Und irgendwie, glaube ich, über dieses Rap-Ding ist das auch in, in, in meine, in meine echte Person übergegangen, so. Und jetzt lerne ich Leute kennen und sage so im Zweifelsatz, übrigens, das kann ich hier echt gar nicht gut, so. Und, ähm, eigentlich mit, mit fast 40 Jahren vielleicht auch Zeit, das mal wieder abzulegen, aber es ist halt, es ist echt sehr, sehr drin, also es ist auch schwer, das rauszubekommen. Ja, voll. Das interagiert so ein bisschen mit dem Gespräch, was ich mit, äh, Kolja und Bobby Fletcher hatte. Da haben wir nämlich auch über die Kontraststärke der Antilopengang geredet, zum einen mit diesen Verletzlichkeiten offen umzugehen, aber auch diese Hip-Hop-Proll-Attitude leben zu können. Also, wenn ich jetzt, äh, äh, an Tracks denke, wie zum Beispiel dein Part bei Klug oder irgendwelche anderen Sachen, das schließt sich ja nicht aus, ne? Also, das heißt, ein gesundes Selbstwertgefühl, das dich alltagstauglich macht oder für die Dinge bewaffnet, die, oder bewaffnet klingt so falsch, äh, einfach lebenstauglich macht und, äh, du hast ja auch ein gutes Gefühl verdient. Analog dazu aber auch mit seinen Fehlern und Schwächen umzugehen. Ähm, das, das, das befreit ja ungemein, weil du dann gar nicht fürchten musst, musst, dass dich jemand für was angreift, was du nicht bist oder was du suggerierst zu sein. Ja, so, so ein sehr billiger Flucht-nach-Vorn-Trick, um, um den Gegner sofort zu entwaffnen, bevor der sagen kann, hör mal, das machst du aber echt scheiße, sagt man's lieber schnell selbst, ja. Auf ne Art, ja, total. Aber witzig, dass du den Klug-Part ausgerechnet jetzt rangezogen hast, ähm, ich hab, äh, ich war neulich in Urlaub und hab irgendwie an einem Tag nochmal so Antilopen-Songs der letzten Jahre gehört und dachte, ganz nettes Lied, aber hätte auch nicht auf ein Album gemusst. Aber irgendwie kommt er dir sofort in den Sinn, auf ne Art, keine Ahnung. Es hängt damit zusammen, also witzig, dass du das jetzt sagst, das ist wirklich einer, also, sorry, vielleicht oute ich mich da jetzt auch als simpel, äh, unbewusst, es ist wirklich eines meiner Antilopen-Gang-Lieblingslieder. Wow. Äh, ich, äh, wenn ich, also ich mach's tatsächlich am öftesten an, aber auch so beim Joggen oder wenn ich Bock auf Energie hab, also ich, es ist, äh, total super in sich stimmig, hat eine geile Stimmung, geht nach vorne, äh, ich hab ständig ein Schmunzeln auf, auf den Lippen, auch wenn der Kern der Aussage natürlich, äh, ernst ist, aber auch da wieder alle Ambivalenzen oder Ambiguitäten in einem Track, das geht ja, und, ähm, ja, aber ob er nun auf dem Album gewesen wär oder als Free-Track, das stimmt, das hätte jetzt nichts an meiner Präferenz geändert, ja. Okay, aber trotzdem, trotzdem abgefahrene Wahl. Ich weiß noch, ähm, ah, das, da hole ich jetzt vielleicht zu weit aus, aber du kannst ja schneiden im Zweifelsfall, ähm, ich steig ja ein in den Part mit, äh, aufgewachsen mit Future-Trans-Chewbacca, getunten Mofas, Dookie und Blues Brothers, äh, und ich mag das total gerne, weil das so ganz, ganz, so ganz schnell ganz viele wichtige Punkte meines Lebens abarbeitet und auch relativ billig sofort irgendwie ein Bild zeichnet und, glaub ich, mich einordnet, aber das hat Kolja so krass gehatet und wollte mir das, glaub ich, auch ausreden, weil ihn erinnerte das an so eine Phase, wo, wo Rap in Deutschland plötzlich so, äh, sehr nostalgisch wurde und dann haben so ganz viele plötzlich nur noch so über, über ihre 90er-Spiele und ja, ich habe hier Power Rangers und was weiß ich, da, Mixi Raw Deluxe gab es damals noch und die haben dem sogar irgendeinen Namen gegeben und da gab es diese A-E-I-O-U-Crew und so und die haben halt alle so nur noch so, ich wünsche mich zurück in meine Jugend Rap gemacht, der nur noch mit so, mit so Buzzwords irgendwie um sich geworfen hat, äh, aber ich fand, zwei Zeilen lang kann man es mal machen. Ja, voll, voll und ich, ich liebe das auch, äh, über die Wahrnehmung von Leuten zu reden, wenn sie nicht dabei sind, äh, ich weiß nicht, ob Kolja auch dann schon präventiv im Blick hatte das Album mit Bobby Fletcher, weil das für mich auch so ein dauerhaft nostalgisches Moment hat, vielleicht nicht primär durch die Textzeilen, aber auch viel durch die Stimmung, die sich ja auch, äh, ich meine, da ist ein Elmetic Feature drauf, äh, ähm, genau und, äh, da No Front, vielleicht ist das anders interpretiert, aber ich glaube, in einer sehr beschleunigten Zeit, die wir ja nur so empfinden, auch mit diesen ganzen Multikrisensituationen, Kackwurst, bla bla, ähm, ist es halt, ist die Nostalgie oder ein Jahrzehnt, in welchem sich Zeit anders angefühlt hat, etwas, äh, gebremster und, äh, äh, romantischer, weil man einfach Dinge noch nicht wusste, irgendwie ein schöner Ort, zu dem man durch Popkultur halt auch wieder zurückkehren kann und sich dadurch ein bisschen Entschleunigung holt, ja. Ja, jetzt, äh, musste ich wirklich mich sehr konzentrieren, um hinterherzukommen, dabei war es gar nicht so kompliziert, aber ich, ich, äh, gar nicht so viel, äh, ich, ähm, kann das jetzt nicht in ein Gespräch überleiten an dieser Stelle, ich hab keine, ich hab keine Antwort auf deine Feststellung. Faszinierend, ja, ja, im Grunde genommen tust du das ja auch. Ich muss überlegen, weil es gibt jetzt so viel Potenzial für, äh, für nächste Gesprächsthemen, aber ich find das andere halt wieder super interessant, also das heißt, äh, gut, ich hab mir Klug rausgesucht, ich hätt mir natürlich als Stereotyp für das schöne Prollen, äh, den Track von dem ALG-Sampler raussuchen können. Da gab's so eine, so eine Split-Single mit Fat Tony und, ähm, ich rede aber von dem Song, wo du auf dem Pferd sitzt, also, wo du, glaub ich, auch Entrepreneur der, der Szene, äh, oder? Ja, das Lustige ist irgendwie, find ich, abgefahren, wie, wie die, wie das nach außen hin viele gar nicht begriffen haben, weil es war einen, ein Split-Video, aber das sind zwei, zwei unabhängig voneinander existierende Songs. Das eine ist DIY-CEO, meine persönliche Hymne auf mich und das andere ist, äh, ist, äh, der, ist Ciclaro, das Feature mit Fat Tony und, ähm, das ist mir dann auch im Nachhinein noch oft irgendwo im Internet begegnet, dass Leute nicht verstanden haben, dass das zwei Songs sind, weil sie halt nur dieses Video gesehen haben und irgendwie scheint dieses Format des Split-Videos, was es ja schon sehr, sehr oft gab, so unüblich zu sein, dass Leute das nicht erfassen können, was das soll, so, ne? Ähm, ja, aber, äh, DIY-CEO, ähm, eine, äh, eine, eine unvermeidliche Hymne auf, auf mich selbst gewesen und auf, auf, ähm, auf meinen ständigen Drang, mir Dinge beizubringen und bis zu einem Punkt zu erlernen, wo ich kein Laie mehr bin, aber niemals in den Profi-Modus zu gehen. Ähm, auch wenn ich das jetzt auf dem Song nicht so konkret erzähle, aber, äh, genau, da, ähm, bin ich sehr, sehr stolz drauf, dass der, ähm, dass ich das geschafft habe, so, weil, ne, es war total wichtig, dass wir auf diesem Sampler, wir wollten uns so auf dem Sampler sehr, ähm, breitflächig abbilden, so und alle Facetten von uns zeigen und es war ganz klar, dass jeder irgendwie einen Solo-Song draufpackt, der ihn auch, ähm, irgendwie angemessen oder der ihn so sehr repräsentiert und ich finde, was Koya mit Nazis reingemacht hat, ist halt schon so, ist halt so 100% Koya und das, was ich gemacht hab, war auch, ähm, äh, ist, ist halt auch so 100% ich, weil ich glaube ich auch der einzige, äh, innerhalb der Gang bin, der sich so für modernere Musik interessiert und auch Lust hatte, sowas in die Richtung zu machen und, äh, und gleichzeitig ich halt auch so, so eine, eine, eine Facette meines, meines Charakters nochmal so sehr ausgeprägt erzählen konnte und, ähm, es hat auch mega Spaß gemacht, den jetzt immer live zu spielen, ich hab's jetzt das letzte Mal vergangenes Wochenende in Jena gespielt, ich glaube, das war jetzt wirklich eins der letzten Male, dass der Song überhaupt live stattfindet, weil wir dann ja ab nächstes Jahr irgendwie in einen neuen Zyklus gehen werden, aber richtig geil, weil die Leute auch irgendwie, es, es gab, es gab einen Moshpit tatsächlich, also es war, äh, alles wie es sein soll. Geil, ja, fühle ich, ja. Also ich hab schon, vielleicht war da meine Formulierung missverständlich, ich hab schon gecheckt, dass es sich dabei um, äh, zwei verschiedene Singles handelt, äh, hab die auch separat gepumpt, äh, ich schleim jetzt einfach mal, wenn irgendwas kommt, pumpe ich das natürlich dann meistens immer, äh, bei, bei Spotify relativ schnell bei euch, ähm, genau, und deswegen fand ich beide halt auch geil, ähm, für sich, äh, auch die, die Intentionsausführung finde ich immer super, was hab ich mir bei dem Song vorgestellt und wie wird das dann auf der anderen Seite wahrgenommen, ne, also die geneigten HörerInnen interpretieren ja da immer viel rein und auch da wieder, äh, das eine Thema, dass du dir gerne Dinge selber beibringst, äh, bis zur, ich sag ich mal, fast Professur, oder, ich fand deine Formulierung ganz gut, kein Profi, aber keine Laie, ähm, aber im Umkehrschluss halt wieder auch, ja, genau, moderneres Soundgewand und auf die, auf die Kacke zu hauen und ich finde halt schön, jetzt sind wir wieder bei den Verletzlichkeiten, dass das so eine gesund ausgeprägte Facette bei dir oder bei euch ist, ja, weil wenn man jetzt wieder so zum Beispiel in den Kollegabereich geht, der macht ja nichts anderes, ja, äh, bis du dir irgendwann selber glaubst, auch wenn du erst mal humoristisch etwas überzeichnet hast, was ihr eher tut, wenn ihr prollt, ja, ähm, und wenn man das zu oft macht, glaube ich, überschreitet man irgendwann die Grenze vom Humoristischen in den sich zu ernst nehmenden Bereich und das sind so ein bisschen wie Upper und Downer, hab ich so das Gefühl bei euch, dass ihr dann immer, auch weil ihr, denke ich, persönlich so gepolt seid, dass ihr dann auch immer wieder Dinge dazwischen schiebt, Tracks, die mit euren Verletzlichkeiten oder auch Verletzlichkeiten der Gesellschaft spielte. Ja, ja, also ich finde das auch total unangenehm tatsächlich, wenn, immer in der Musik, wenn Leute sich zu ernst nehmen und ich verstehe aber auch schon, dass das passieren kann, weil man will ja auch irgendwie auf eine Art eine Kunstfigur sein und in der Kunstfigur sich hier und da zumindest deutlich abgrenzen von sich selbst und halt eben genau diese Verletzlichkeiten nicht zeigen, sondern sich einfach mal überhöhen und einfach mal selbst abfeiern und so, das hat ja auch was Therapeutisches dann, aber ja, wie du sagst, es wird dann ganz, ganz, ganz schnell bei, wenn ich es bei anderen Künstlern sehe, ab einem gewissen Punkt unangenehm und ich glaube, weil wir das immer so im Blick haben, dass wir uns nicht zu ernst nehmen wollen und nicht irgendwie unsympathische Arschlöcher sein wollen, soweit es geht, ist das halt, ist das halt einfach die zwangsläufige Konsequenz, dass man halt irgendwie auch seine Schwächen preisgibt. Ja, voll. Ja, es erdet, glaube ich, insofern, wenn man sich jetzt mal vergegenwärtigt, was alles so passiert ist in den letzten zwei, drei Jahren, dieser Kontrast auch zu Corona und ich glaube, ihr konntet ja dann auch eure Live-Zusammensetzung mit Band und Co. aufgrund der Situation geschuldet wird so gar nicht dauerhaft beibehalten und dann kommt dieses phänomenale Danger Den-Album, das das Ganze sehr breiter und größer macht, wie man es vielleicht so vielleicht nicht erwartet hätte, ja, und sicherlich sind dann Künstler oder Künstlerinnen geneigt dazu, auch irgendwie Hybris zu schieben, weil man erreicht ja dann irgendwann ein Milieu oder ein Level, in dem man oder in welchem mehr Bestätigung und Liebe einem zuteil wird, als das beim Otto-Normalverbraucher der Fall ist, ja, und trotzdem habe ich das Gefühl, aufgrund einer selbstkritischen Auseinandersetzung, dass ihr da noch weit vom Starstruck-Dasein entfernt seid, ne, und das ist dann vielleicht auch die Tatsache, dass sich wahrscheinlich infrastrukturell bei euch wenig verändert hat, wie ihr zueinander steht. Ja, ja, also wie sollte es sich auch ändern, so, ne, Daniel und ich sind Brüder und Koya ist auch so eine Art Bruder und, ja, es wäre schon sehr komisch, wenn irgendwie durch die Veränderungen, die es in den letzten Jahren gab, sich zwischen uns irgendwie jetzt groß was geändert hätte, falls du das überhaupt meintest. Aber was meinst du mit diesem Starstruck-Teil? Also meinst du, hast du das Gefühl, dass Leute, die auf uns treffen, nicht dieses Starstruck-Gefühl haben? Oder was meinst du? Das habe ich nicht ganz kapiert. Naja, ich rede eigentlich eher, siehst du, ich verstehe mich manchmal sogar selber nicht. Das muss ich vielleicht als erklärende Komponente sagen. Das ist alles ein Versuch. Ich versuche, Gefühle nach außen zu transportieren. Manchmal merkt man auch, das kennst du vielleicht, wenn man das vor der Stirn verbalisiert hört, merkt man auch überhaupt erst mal, was man sagen wollte oder was man nicht sagen wollte. Davon bin auch ich nicht frei. Nein, tatsächlich meinte ich, es passiert ja irgendwas mit dir als Mensch, wenn du ein höheres Maß an Bestätigung und sozialer Rückkopplung erfährst, als dass ein üblicher Arbeitnehmer, der in einem frustrierten Job jeden Morgen mit der S-Bahn unterwegs ist, lebt. Und trotzdem, oder es gibt ja viele Beispiele von Menschen, die sich großem Publikum zuwenden und dort auch positive Rückwendungen erfahren, die sich dann über die Jahre hinweg verändern, die dann auch tatsächlich Höhe schieben. Und ich habe bei euch den Eindruck, vielleicht romantisiere ich euch auch einfach, dass da so eine Art therapeutischer, vorgeschaltener Selbstschutz schon da ist. Und dann hast du einmal das soziale Umfeld, das sich nicht ändert, im Idealfall. Also ich meine, hey, auch eine Kelly-Family hat Solo-Projekte und war nicht immer in love miteinander. Das ist die eine Sache. Aber eben auch keine falschen Schlüsse zu ziehen. Wir haben ja so ein bisschen über das Mimen von, ja wie soll ich sagen, übergesteigertem Selbstbewusstsein in Musik geredet. Aber das kann ja wirklich auf einen überspringen. Nach vielen Jahren, die man von der Bühne aus Zuwendung erfährt, kann das ja passieren. Und jetzt ist die Frage, ob meine Interpretation von dir oder von euch komplett falsch ist. Und du mir sagst, hey, wir sind halt nur mal Stars, du Penner. Oder dass du mir halt sagst, nee, das stimmt schon, das fühle ich ähnlich. Und ich habe ja in meiner Frage oder in meiner Ausführung auch gebutmaßt, warum das so ist. Nämlich, weil ihr auch über die Dinge sprecht, die eben menschlich sind. Wie Versagen, was kann ich nicht und was steht mir nicht. Ja, es ist interessant, ob es jetzt daran liegt, das kann schon sein. Aber ich würde jetzt zumindest von meinem Eindruck und der Eindruck, den man von sich selbst hat, kann ja auch falsch sein, ich weiß es nicht, dir zustimmen, dass wir irgendwie nicht, also dass da kein Höhenflug sich irgendwie entwickelt hat. Also im Gegenteil, bei Daniel sogar, der hat ja auch öffentlich drüber gesprochen, dem ist ganz, ganz viel von dem, was da passiert ist, total zu viel geworden. Und der hat da überhaupt keinen Bock mehr drauf. Und das, was sein Bekanntheitsgrad so an unangenehmen Sachen mit sich gebracht hat, belastet ihn total. Und gleichzeitig ist er auch irgendwie als Danger Dan keine Kunstfigur, in die er hätte übergehen können. Also das, ich finde das ja, weiß ich nicht, ich will jetzt, ich mach es mal namenlos, aber es gibt ja schon so geile, kreierte, vor allen Dingen im Rap, aber wahrscheinlich auch in anderer Musik, geile, kreierte Characters und die Chance. Super Richie zum Beispiel. Super Richie zum Beispiel, ja. Wie auch immer du auf den jetzt kommst. Die Chance, dass man irgendwann über den Erfolg in den Charakter übergeht, ist, glaube ich, relativ groß. Und teilweise ist das wahrscheinlich irgendwie, ist das, auf eine Art finde ich es teilweise wahrscheinlich sogar ganz geil bei manchen Künstlern. Wenn die halt plötzlich, also weißt du, wenn die ganz lange erzählen, so ey, ich bin so reich und was weiß ich, und ich bin der Schönste und die sind es dann wirklich und das ist irgendwie auf eine Art auch faszinierend und lustig zu beobachten. Und bei anderen wird es halt unangenehm. Und jetzt verstehe ich, glaube ich auch, oder jetzt kann ich auch, nachdem ich hier so vor mich hin monologisiert habe, deine These bestätigen, das kann ja bei uns allein deswegen nicht passieren, weil wir dann doch in dem, was wir erzählen, viel zu nah an uns selbst sind und viel zu wenig Kunstfigur da drin ist, in die man irgendwie unangenehm über, oder auch angenehm und faszinierend übergehen könnte. Also, weiß ich nicht, ich habe, es gab mal eine Zeit, das mache ich jetzt nicht mehr so, das ist ja auch schon über zehn Jahre her, da wollte ich mich immer so verkaufen als so einen jähzornigen Typen, der wahllos Passanten slappt und irgendwie so, ich weiß nicht, halt so ein bisschen drüber ist. Damit habe ich aufgehört. Ich schlage auch nicht wahllos Passanten. Ach, du warst ja durch die Scheibe Boxer von KIZ. Nee, 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 das war ich nicht. Aber ehrlich gesagt, selbst da, wenn ich jetzt so drüber rede, selbst da passte es in der Zeit auch zu dem, was ich so des Nächtlichen getrieben habe. Also, ich habe jetzt nicht, ich habe nicht wahllos auf Passanten eingeschlagen. Das habe ich nie gemacht. Aber ich habe schon echt in der Zeit, wo ich auch mich selbst als, in der Musik als so einen etwas übertriebenen Typen stilisiert habe, habe ich auch teils sehr übertrieben. Und ja, ich musste mich jetzt über das Buch, was ich mit Martin Seliger geschrieben habe, auch immer wieder mit unserer gemeinsamen Zeit, also die Martin und ich gemeinsam in Köln hatten vor zehn Jahren befassen. Und da bin ich schon des Öfteren in Köln-Ehrenfeld nachts sehr freigedreht und habe verrückte Dinge getan. Genau, jetzt bin ich abgedriftet. Aber ja, ich bestätige, ich bestätige, wir haben uns, glaube ich, wahrscheinlich, ohne es zu wissen, dadurch, dass wir immer mit unseren Schwächen in der Musik offen umgegangen sind, davor bewahrt, irgendwie abzudrehen oder so an irgendeinem Punkt. Ja, voll. Ja, ich danke dir aber auch fürs Abdriften. Ich finde Gäste super schlimm, die nicht abdriften. Es steht auch noch die Folge mit einem Gast aus, die jetzt so in der Produktion noch liegt. Und ich habe das immer mal, alle elf Gespräche so. Jemand, der wirklich sehr linear antwortet, aber auch wirklich nur auf das antwortet, was ich gefragt habe und das super komprimiert. Jetzt will ich aber auch, jetzt sag doch mal den Hörern, wer es ist. Nein, ich erlebe das tatsächlich immer wieder. Ich habe auch schon mit Menschen, und da habe ich auch überhaupt kein Problem, drüber zu reden, Beispiel Pöbel MC, dessen Mucke ich sehr mag, ja. Aber er scheint einfach grundsätzlich für das Medium Interview nicht kompatibel zu sein. Also bei jedem Interview, was ich mit ihm geführt habe, das erste hat er sich schon sehr schwer getan und auch wirklich sehr viel drüber nachgedacht, ob das gut ist, ob das so rauskommt, ja. Und das zweite Interview ist dann gar nicht rausgekommen, weil wir halt irgendwie konstatiert haben, oder er scheinbar konstatiert hat, dass das so ein bisschen sein Mysterium stört als Künstler. Und dann finde ich es eher cooler. Und wir haben uns da dann auch im Frieden geeinigt und auseinandergegangen, alles gut. Aber prinzipiell wundere ich mich bei Leuten, vielleicht wissen die das so noch nicht über sich selbst, wenn man sagt, ich bin einfach kein Interview-Typ, ich kommuniziere über die Musik und will auch, ich glaube, PR-Manager beraten in höheren Sphären sogar manche Leute danach. Das ist so wie Fußballstars. Wir waren vorhin in den 90ern, es gibt so YouTube-Combinations, die sind Gold. Was Luther Matthäus und Oliver Kahn da noch rausgeplautzt haben, das wird es heute gar nicht mehr geben, weil die Medientraining erhalten. Aber was erzählen die dann so da, also was hauen die da so raus, was sie heute nicht mehr sagen würden? Also es ist schon zwei Jahre her, dass ich mir mit meiner Frau mal abends so eine Combination angeguckt habe. Es ist jetzt so, wie du vorhin mit Textein meintest, ich kann dir nichts zitieren, aber es ist halt super unfreiwillig komisch. Die kommen da schweißtriefend vom Platz und werden irgendwelche vermeintlich hochtrabenden, sportpsychologischen Dinge gefragt und antworten halt mit einem sehr plumpen Maurerhumor. Stigmatisiere ich jetzt mal bewusst, ja. Und das ist einfach lustig. Also die haben da einfach plumpe Dinge gesagt. Und das hat denen natürlich auch irgendwie Kultstatus eingeräumt. Aber heute gibt es das nicht mehr. Heute wird das, da habe ich auch mal eine Doku drüber gesehen, heute werden primär schon die Fußballspieler nach vorne navigiert, die redefreudig sind und auch so ein bisschen salonfähig vorzeigbar. Und die werden dann halt auch trainiert. Also das ist mittlerweile eine sehr bewusst konditionierte Komponente. Und oh Gott, jetzt schweife ich aus, aber ich bin natürlich neugierig, was deine Impressionen dazu sind. Und im Umkehrschluss finde ich es halt faszinierend, dass das halt immer noch passiert, dass Leute sich in Formate setzen, obwohl sie ja eigentlich wissen müssten oder an sich spüren sollten, dass sie gar nicht gerne gefragt werden oder seziert werden. Das ist im letzten diffus KIZ-Interview passiert. Da hat Tarek direkt gesagt, ich habe keinen Bock auf Interviews. Im Interview. Ja, das Problem ist, es gehört nun mal leider, auch wenn ich das Gefühl habe, auch das stirbt immer mehr aus, so das klassische Interviewformat, aber es gehört nun mal als Künstler dazu. Das heißt, selbst ein Künstler, der das eigentlich gar nicht machen will, und bei manchen ist es ja auch einfach Quatsch auf eine Art, oder es macht die Kunst nicht besser, im Gegenteil. Ich glaube, es ist manchmal besser, wenn die Kunst für sich steht. Und trotzdem sehen sie sich genötigt, es zu tun. Ich finde Pöbel MC ein total interessantes Beispiel. Ich kenne ihn jetzt persönlich nicht. Ich glaube, es ist ein- oder zweimal auf irgendwelchen Festivals über den Weg gelaufen. Und ich finde seine Mucke richtig super. Und was er macht und auch ihn so, wie er sich präsentiert. Aber ich bin sehr sicher, dass das nichts mit seiner Privatperson zu tun hat. Der ist bestimmt auch so atzig. Der wird jetzt nicht so ein introvertierter, schweigsames Kerlchen sein. Aber ich verstehe schon, dass ein Interview in seinem Fall im Prinzip auch das, was man sich da so als Kunstfigur aufgebaut hat, dass das das super schnell torpedieren könnte irgendwie. Und ja, bei manchen Leuten macht es überhaupt keinen Sinn, dass sie öffentlich über irgendwas sprechen. Die sollen einfach das machen, was sie machen. Und das ist das Beste, was sie tun können. So glaube ich. Voll. Im Umkehrschluss gibt es halt auch KünstlerInnen, die, sage ich mal so, die ihren Charme und ihre Partizipation aus diesen Formaten ziehen. Aus der Tatsache, dass sie sprechen und die Musik wird dadurch erfolgreicher, weil sie so ein bisschen der Soundtrack zu ihrer polarisierenden Persönlichkeit ist, die sich in solchen Formaten eben zeigt. Im Umkehrschluss ein gutes Beispiel ist, was du vorhin meintest. Es gab auch ein sehr, es gab bei Spotify, gibt es ja dieses Format, wo zwei Personen aufeinandertreffen, die unvorbereitet aufeinandertreffen. Und da gab es mal ein Gespräch zwischen Haiti und Tim Melzer. Oh ja. Das war, ja, das war, ich, sage ich mal, fiktionalisiere jetzt mal den PR-Manager. Das war was, wovon ich ihr abgeraten hätte. Wo ich glaube, okay, ich glaube, da ist es sogar cooler, dieses Mysterium Haiti aufrechtzuerhalten, als das zu entzotteln. Das kann natürlich total angreifbar sein, meine These. Ich will sie da jetzt überhaupt nicht final in irgendeiner Rolle quetschen. Ja, aber von dem, was ich so gesehen und gehört habe und im Umkehrschluss, was du auch gesagt hast, weigere ich mich auch so ein bisschen, aber da bleibe ich auch so richtig schön alt und hängen geblieben auf meine 35, das Interviewformat abzugeben. Also die Medienkultur hat sich halt geändert, ja, aber die Tatsache, dass wir beide hier halt schön zusammen ausschweifen können, zeigt ja einfach, dass man das in anderen Kanälen halt trotzdem irgendwie noch weiter würdigen kann. Es wird auch nicht aussterben, aber man sieht ja einfach, also zumindest ich als Künstler, ich weiß gar nicht, wie das ein Konsument, wie man so sagt, wahrnimmt, wie sich die Medienwelt unfassbar geändert hat. Und wir sind 2014, als wir bei JKP gesigned haben, das erste Mal in so eine ganz klassische Promomaschine reingeworfen worden. Das hieß drei Monate vor Album ging es los. Dann bist du einfach durch bestimmte Medien durchgeschleust worden, durch bestimmte Radioformate, durch bestimmte Fernsehformate, durch das Feuilleton glücklicherweise bei uns auch. Hat ja dann nicht jeder Künstler, darf da rein. Und beeinflusst. Haben wir damals auch, ja, ne? Wir haben schon zu Aversion gesprochen, glaube ich. Ja, ist so in etwa die Zeit, ja. Und ganz viel gibt's, also eigentlich fast nichts mehr gibt's davon, ne? Bei Joyce waren wir sogar. Da hab ich vor kurzem bei Hip-Hop Classics einen alten Moneyboy-Auftritt gesehen. Der war super. Ja, voll. Der wird jetzt gerade wieder hervorgekramt. Der ist wirklich genial. Auch so ein Kunstfigur-Ding, Moneyboy, wo, äh, 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 egal. Naja, jedenfalls merke ich ganz, ganz stark, das, was wir damals erlebt haben und was so in der Musikindustrie über viele, viele Jahre gelernt war, verändert sich immer stärker so. Und ganz viele Medien gehen weg, gibt's gar nicht mehr, die Formate ändern sich. Es gibt unfassbar viele Podcasts, aber ehrlich gesagt viel zu viele. Und, äh, das ist jetzt natürlich gemein, dass ich dir das sage, aber, äh. Nee, du hast ja recht. Also dazu wird man sehr, sehr viel eingeladen, aber dieses, dieses ganz, ganz klassische Interview, ein Interview in der Intro oder in der Specs und man setzt sich damit irgendwie zusammen, so, das gibt es, äh, wirklich, äh, äh, immer weniger. Selbst die Video-Interviews, die ja auch, ähm, irgendwann so ein, so ein, so ein Riesending waren, wo man das Gefühl hat, okay, ich komm gar nicht mehr hinterher. Ich, früher hab ich noch alles gesehen. Jetzt gibt es halt 50 Flair-Interviews mit, mit TV-Straßen, Sound 1 bis 13. Ähm, selbst das gibt's ja irgendwie in der Form nicht mehr so, ne? Die Leute sind jetzt irgendwie, dann gibt's Twitch-Streams und was weiß ich. Äh, es hat sich halt ganz schön gewandelt tatsächlich so und, ähm, ich find's schade. Ich, äh, also da bin ich auch hängen geblieben genug, dass ich mich, ähm, eigentlich zurücksehne zu dem, was ich kennengelernt habe, aber man muss sich ja irgendwie auch auf das Neue einlassen auf eine Art. Ja, ja, alles hat Vor- und Nachteile. Äh, mir fallen zwei Sachen dazu ein, die ich dazu sagen mag. Äh, zum einen, ich hab mich tatsächlich mit, äh, der, mit dem auseinandergesetzt, vor ein paar Tagen etwas bewerben zu wollen. Und, äh, die klassische Musik-Promo, äh, wie du sie gerade beschrieben hast, äh, wie sie 2014 noch, äh, rudimentär existiert hat, äh, nimmt, äh, anleihen oder basiert auf dem Wahlkampf, wie er damals gelebt wurde. Also, das heißt, ein, ein, ein Wahlkampf implizierte ja auch, dass, wenn jemand gewählt werden möchte auf Bundesebene oder auf Bund, also auf, auf, auf kontinent, kontinentaler Ebene wie in Amerika, dass, äh, die Person überall hingegangen ist und in jedem Staat und in jeder Stadt und in jedem Medium gesprochen hat, ja. Und faszinierend finde ich, gestern habe ich erst gelernt, wer das klassisch erfunden hat, das war vorher nie so, das war Josef Goebbels mit Hitler. Äh, es wurde, äh, ja, es wurde in der Art, wie wir heute Wahlkampf kennen, so vorher nie geführt. Also, dass jemand, der hat ihn ins Flugzeug, äh, 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 geschifft, sozusagen, ähm, und hat ihn wirklich überall hingeflogen. Also, das war selbst in den USA, äh, zu, keine Ahnung, Roosevelt oder wer, wer da vorher regiert hat, so noch nicht bekannt. Und die musikalische Promo ist so ein bisschen die Adaption des Wahlkampfes, ja. Oh Gott. Weil man ja Leute auch für was erwerben möchte. Und, äh, fand ich auf jeden Fall spannend, äh, das, das so mal zu erfahren. Und, äh, das nächste Ding, was du gerade beschreibst, richtig, man hatte früher, äh, auch eine überschaubarere Anzahl an KünstlerInnen. Das muss man ja auch sagen. Also, was Fluch und Segen zugleich ist, ist die Reizüberflutung, sowohl medial, auch was die Diversität der KünstlerInnen angeht. Aber, man hat natürlich unfassbar geile, kreative NischenkünstlerInnen. Also, ich, äh, keine Ahnung, wenn ich jetzt ad hoc denke, mit wem ich mich so beschäftigt habe, äh, wie viele RapperInnen es mittlerweile gibt. Ob wir jetzt anfangen bei Tappi Pilgrim oder Donna Savage, äh, äh, Liz aus Frankfurt und ich könnte jetzt noch ewig so weiter, ne? Also, dafür wäre damals gar nicht so der Nährboden da gewesen. Und damals hattest du halt die 30, 40 Künstler, äh, die im Backspin-Interview TV-Straßensound war ja schon eher moderner, äh, äh, da gewesen sind. Und jetzt, wie du schon gesagt hast, du hast ganz viele 10.000 monatliche HörerInnen-Künstler, die natürlich geil sind, aber die so zahlreich sind, dass du es gar nicht schaffst. Deine Lebenszeit reicht gar nicht, um das alles zu pumpen und auszuschöpfen. Und natürlich auch die dementsprechenden Formate. Das heißt, ja, es reicht heutzutage nicht mehr, sich in fünf Formate zu setzen und dann hast du das abgearbeitet, ähm, wenn du groß bist, ne? Also, wir reden ja über so ein Level, wenn du jetzt über sowas wie 187-Straßenbande redest, die sind ja selber ihr Kanal oder so groß wie Bushido mal war. Das hat ja dann gereicht, wenn die ein Ansage-Video bei Instagram oder YouTube gemacht haben und dann haben eine Million Leute gewusst, äh, dass das da ist. Das ist ein bisschen unfair, weil die natürlich auch weniger Aufwand betrieben haben. Was ich der Vielzahl der Medien jetzt zugute halte, ist so ein bisschen die Kreativität, weil das heißt, also sowas wie, ich betituliere mich jetzt mal selber Edgar Einfühlsam, gab's ja in den jungen 2000ern auch nicht. Da gab's Falk Schacht, Nico Backspin und Co. Und die sind natürlich auch gut und virtuos in dem, was sie machen. Aber dadurch, dass du jetzt in 30 Formaten sitzt, wird auch immer anders an dich herangegangen, glaube ich. Also, du ratterst nicht nur dein Promokatalog ab, sondern diese vielen verschiedenen kleineren Formate sind ja auch kreativ anders interessant als dieser Katalog an Fragen, der damals quasi dein PR-Text dir so ein bisschen abverlangt hat. Weißt du, wo ich hin möchte? Ja, voll. Also, ich würde dir einerseits zustimmen. Also, es ist halt nicht mehr, ne? Das war ja auch das Ding zu der Zeit. Also, wenn du das, wenn du ein ein Promo-Format von irgendeinem Künstler gesehen hattest, konntest du dir eigentlich die anderen schenken, weil du wusstest, was die Geschichte ist, die er sich irgendwie entweder zurechtgelegt hat oder die im Zweifel entstanden ist während des Interviews und die wird er so im nächsten Interview wiedererzählen und es glich sich sehr. Ich war aber erstaunt, dass du jetzt sagtest, dass oder jetzt beispielhaft von bis zu 30 Formaten gesprochen hast, in die Künstler sich jetzt reinsetzen, weil ich habe das Gefühl, die gibt es einfach gar nicht mehr. Es gibt also natürlich die, es gibt unfassbar viele Formate, aber wirklich Leit, es gibt keine Leitformate mehr. Irgendwie, es hat sich so sehr ausgedünnt alles irgendwie so und ist so sehr, sehr diffus geworden und ich rede nicht vom Diffus-Magazin, sondern Und ich rede nicht von diesem Magazin. Aber auch so, das ist mir eben so, hatte ich, habe ich mich da wieder daran erinnert, wie gerade Kolja, Jakob und ich so sagen wir mal zwischen, ich hoffe, dass ich mich jetzt nicht komplett vergreife, zwischen 2005 und 2010. Da ging man dann so jeden Abend oder weiß ich nicht, mindestens einmal am Tag auf meinrap.de. Da war dann vollständig alles abgebildet, was es so gab und du hast dir von allen, selbst von den Künstlern, die du nicht mochtest, jedes Interviewformat und alles, was rausgebracht wurde, angeschaut und du konntest zu dem Zeitpunkt, wenn du täglich eine Stunde investiert hast, vollständig dir anschauen, was geschieht im Rap in Deutschland. So, dann hattest du alles gesehen und das ist dann irgendwann so komplett eskaliert und man ist halt nicht mehr hinterhergekommen und wollte auch nicht mehr hinterherkommen irgendwann. Aber das war irgendwie, das hatte, das war so schön überschaubar damals und auch so, ich weiß nicht, ob wir da eben schon aufgezeichnet haben, ich glaube ja, als ich sagte, dass ich manchmal das Gefühl habe, unabhängig von der Zeit, in der wir leben, die sich so krass geändert hat, dass ich so eine relativ kleine Kapazität habe, das passte auch genau zu dem damals. Das passte, also die Möglichkeit, mit relativ wenig Aufwand vollständig zu erfassen, was geschieht, passte dazu, dass meine Kapazität eh nicht so groß ist irgendwie. Und insofern vermisse ich das auch ein bisschen. Das ist so ein Grundsatzthema, was sich echt durch viele Gespräche immer zieht. Also zum einen fällt mir ein bisschen auf, ich schließe das mal lieber ab, mit diesen 30 Formaten, Künstler haben halt unterschiedliche Thematiken und ich finde das dann schon eher spannend, dass die Formate sich diversifiziert haben. Also das heißt, Rap ist ja nicht nur Rap, sondern viele haben ja inhaltlich verschiedene Schwerpunkte. Ja, also so kann es eben sein, dass ein modeaffiner Rapper auf einmal in einem in einem Modejournal oder in einem Mode-Podcast sitzt, ja, oder Videoformat, während ihr, ja, auch gesamtgesellschaftlich breite Themen habt. Du hast vorhin lobend hervorgehoben, dass ihr auch im Phylleton besprochen wurdet, ja, was natürlich, ihr habt da aber auch Nährboden dafür, weil ihr natürlich gesellschaftlich relevante Themen besprecht. Und so wart ihr ja auch in, sage ich mal, vermeintlich unkonventionellen Formaten, ob es nun solche Mashups wie mit Schnippo Schranke sind oder was es da alles schon von euch gegeben hat. Und das wollte ich damit präzisieren. Dadurch, dass Rap diverser geworden ist, sowohl in der Art der Artists als auch in den Themenbereichen, hat sich das natürlich kreativ interessanter gestaltet, weil ihr natürlich nicht nur die Gäste für das klassische Rap-Format seid, sondern eben auch für die Formate, die Themen konsultieren, die in eurer Musik Gegenstand sind. Das ist ja bei mir auch so. Also ich rede ja schon im Schwerpunkt mit MusikerInnen, aber eben auch mit PolitikerInnen der Linken wie Katharina König oder mit Marc Benecke habe ich auch schon gesprochen. Also jeder, der sich tiefer mit mir beschäftigt, weiß, dass ich gar nicht interessiert daran bin, ein Flair-Interview zu führen. Würde eh nie dazu passieren. Also ich habe schon auch eine gewisse politische Konnotation und in die passt ihr natürlich. ja, deswegen halt eher wir uns unterhalten. Ich würde es aber gerne, ich hätte es ehrlich gesagt, würde ich es gerne sehen, das Interview mit dir und Flair oder hören. Ja. Fände ich gar nicht schlecht, aber ich befürchte, er wird, ich befürchte, du wirst keine Lust haben und er wird sich nicht bereit erklären. Wird es wahrscheinlich nicht geben, oder? Hast du schon mal gefragt? Ne, habe ich noch nicht. Also ich meine, in dieser Staffel des Podcasts schon einen großen Schritt aus meiner Komfortzone rausgemacht zu haben, in dem ich mit 8-4 gesprochen habe. Ich will 8-4 in keiner Weise jetzt irgendwie auf eine Linie mit Flair bringen, zumal er sich auch in dem Gespräch offen distanziert hat davon mit der Aussage, 1-8-7 Straßenbande, was wir früher gemacht haben, ist Bushido und Flair ein Real gewesen. Genau. Und habe, also ich bin schon immer mal bemüht, aus meinem normalen Konsenslevel herauszutreten und finde das interessant, herausfordernd, auf eine andere Art Lebenswelt zu stoßen oder mich hin zu bewegen, weil mir auch gerade wichtig, ich sage ich mal, in Zeiten politischer Dissonanzen, wie sie ja intensiver nicht sein könnten als gerade, das Gespräch zu suchen. Und ich bin auch der Meinung, dass ich mit 90% der Menschheit die 10% ausgenommen, die wirklich kristalline Wichser sind, klarkomme. Also mir ist es wirklich wichtig, den Dialog in andere Lebensrealitäten aufrechtzuerhalten, selbst von meinem besorgten Arbeitskollegen, der ein ganz lieber Opa ist und aus einer Irritation heraus trotzdem die AfD wählt. Also schwierige Aussage, da bin ich auch in meinen linken Bubbles hier und da echt so an Grenzen gestoßen, wenn die sagen, wie, du kannst ja nicht mit einem AfD-Wähler reden. Und da sage ich, naja gut, aber wo bewegen wir uns als Gesellschaft hin, wenn wir nicht, oder wenn wir aufhören zu reden und die Bubble halt immer mehr konsolidieren. Genau, aber es ist, interessant ist ja wirklich, wo, wo ist, also, und ich kann es jetzt nicht definieren an dieser Stelle, aber interessant ist, wo ist der Punkt, wo man halt nicht mehr reden kann und den gibt es auf jeden Fall. Ja. Ich bin da aber auch irgendwie für mich persönlich immer auf der Suche, wo ich den für mich definiere. Also nicht nur für mich selbst, wenn ich mit Leuten rede, sondern auch, wenn ich beurteile, wer mit wem redet, so. Und ich finde es aber prinzipiell auf jeden Fall richtig, dass du sagst, du willst auch aus deiner Komfortzone raus, weil ich habe schon das Gefühl, dass das so sehr, sehr zur aktuellen Zeit passt, dass die Leute in ihren Komfortzonen bleiben, in ihren Bubbles und da sich gemütlich machen so und da sich gut einrichten und das hat alles irgendwie, verläuft da alles nach klaren Grundsätzen und Regeln und so weiter und alles darüber hinaus ist dann oft auch nicht gut. Und ich glaube, ich glaube auch, dass das keine, keine gesunde Entwicklung ist, wobei ich es auch teilweise bei mir selbst beobachte. Also ich kann mich auch nicht davon frei sprechen, dass ich irgendwie, also dass ich jetzt sagen würde, ich gehe immer aus der Komfortzone raus und ich schaue, dass ich irgendwo, dass ich immer versuche, irgendwie da mal hinzugehen, wo es weh tut. Ehrlich gesagt, ganz und gar nicht. Da bin ich viel zu, viel zu harmoniebedürftig und faul und teils auch vielleicht so ein bisschen opportunistisch hier und da. Aber jetzt, ich will jetzt auch nicht so ein Riesenpsychogramm von mir sein an dieser Stelle und ich belasse es auch bewusst so ein bisschen abstrakt und gehe jetzt nicht ins Beispielhafte rein, weil ich das auch echt ein schwieriges Thema finde. Ja, total. Also du hast aber gut was angereichert, was mich vielleicht doch zu einem Statement bewegt in puncto Flair. Ich glaube, ich finde die Figur sehr interessant bei allen menschlich grenzwertigen Aspekten, die dort mitschwingen. Das muss man wirklich aktiv so benennen, weil wir eben aus einer Subkultur kommen, die Anfang der 2000er so auf jeden Fall noch benennbar gewesen wäre als Subkultur, Hip-Hop oder deutscher Rap. Und da ist Flair eine Anfangsfigur und er polarisiert. Wir sind alle als junge, pubertierende Menschen irgendwie an Carlo Koks Nutten nicht vorbeigekommen. Ich schon. ist halt, du schon, ja? Ja. Ja, okay. Aber red erst mal weiter. Ja, sorry. Dann sorry für diese generische Aussage. Genau. Und deswegen, aber zumindest ist es so, dass man die Figur nicht uninteressant findet. Sie verschwindet oft, anderthalb Jahre und dann passiert es mir doch irgendwie wieder, dass ich doch mal einem Clickbaiting aus Richtung Flair unterliege. Und ich finde es auch super interessant, sich psychologisch mit so einem Menschen auseinanderzusetzen. Also ich interessiere mich sehr für die gesellschaftlichen Ungerechtigkeiten und auch für Menschen, die auch zu meinem erweiterten Freundeskreis zählen, die es echt nicht leicht gehabt haben in ihrer Jugend und die einfach sozial benachteiligt sind bei der Geburtenlotterie, die Arschkarte gezogen haben. Und dazu gehört ein Flair als Heimkind ja eindeutig. Und trotzdem ist die Frage, du hast das gut gesagt, wann ergibt Sprechen keinen Sinn mehr? Wann ist, sage ich mal, die schwierige Kindheit für das Arschlochtum im Erwachsenenalter immer noch die Legitimation? Ja, also du kannst ja das Gleiche über Hitler auch so sagen. Vater schwer, tut mir leid, dass das ja schon das zweite Mal Thema ist in unserer wunderschönen Folge. Ein drastisches Beispiel direkt, aber sag mal, Vater schwer. Hitler ist mein absolutes Lieblingsbeispiel für alles. Der war hart, sorry. Genau, und von daher finde ich das schon super interessant. Beispiel 8.4, ich wurde da ja gefragt von dem Kumpel aus Halle, hast du irgendwie Bock dich, wenn er in Halle ist, mit ihm zu unterhalten? Hab mir die Mucke angehört, mal ein paar Interviews angeguckt und hab gesagt, okay, ich glaube, auch in dem Wissen, weil ich ja mit PTK auch öfter immer mal Formate mache und spreche, dass die schon zusammengearbeitet haben, dass da, glaube ich, positive Andockungsflächen sind und so war dem auch. Also sehr konträr an vielen Punkten, aber trotzdem irgendwie auf Basis der Kulturliebe irgendwie, ja, auch mir zugewandt. Das war echt eine positive Erfahrung, ja, auch wenn da Unterschiede waren. Und ich mag dieses Gespräch, es gibt da so einen Bunkertalk zwischen Flair und Steiger, den ich auch herausragend finde, also absolute Guck-Empfehlung, weil da konfrontiert Steiger ja Flair mit linken Themen und es ist super unterhaltsam, wie sie einfach nicht zusammenkommen und jeder aber auf eine sehr kreative Art und Weise seine Position untermauert und trotzdem glaube ich, ich glaube, dieses Gespräch ist, du hast gesagt, ich würde das mal interessieren, ich glaube, dieses Gespräch wäre tatsächlich wenig konstruktiv. Ja, wahrscheinlich wäre es das. Aber, also weil du eben sagtest, so ab und zu, alle zwei Jahre durch irgendein Clickbait kommst du dann doch wieder drauf und guckst dir das an und ich glaube, es ist mehr als ein Versehen und ein Clickbait, sondern es ist auch einfach, also ich will jetzt auch nicht hier so das Flair-Thema zu weit ausbreiten. Ich lieb's, bitte. Der ist ja schon irgendwie ultra, also auf eine Art sehr charismatisch einfach auch und man, der hat ja irgendwas, was man sich gerne reinzieht, und zwar nicht wie ein Unfall oder so, sondern so irgendwas, auch wenn man nicht mit dem einverstanden ist, was er sagt, zieht einen in seinen Bann. Voll. Das gibt's, also, ich muss jetzt gut überlegen, ob ich's sage, aber ich sag's ja. Also zum Beispiel auch ein Ken Jebsen, so ne, es gibt ja einen Grund, warum der so erfolgreich ist, das sind nicht zwangsläufig die Inhalte nur, sondern der ist ja so erfolgreich geworden, weil der ultra charismatisch redet und Leute in sein Bann zieht und ich verstehe total, dass Leute dann tagelang irgendwie auf seinem YouTube-Kanal verbringen und sich von dem zuquatschen lassen und halt irgendwann dann auch diese Inhalte übernehmen und diesen Quatsch übernehmen, den er so erzählt. und ja, ich weiß gar nicht, warum ich das erzählen wollte. Ich wollte das, achso, ich wollte einfach das kurz einwerfen, weil das so klang wie, ach, ich weiß ja auch nicht, warum ich wieder bei Flair gelandet bin. Irgendwie verstehe ich's ja selber nicht, aber ich verstehe es total. Voll. Ich kann dir einfach zu 100 Prozent recht geben, mit dem, was du gerade... Ich hatte auch eine, sorry, um noch ein anderes Beispiel zu nennen, ich hatte auch so, ich weiß nicht, Anfang der 2010er, so ne miese Pierre-Vogel-Phase, wo ich mir einfach echt nächtelang diesen Typen reingezogen hab auf YouTube, weil der auch einfach krass charismatisch ist und natürlich bin ich jetzt dadurch nicht irgendwie zum Salafisten geworden so und fand das auch nicht gut, was er sagt, aber irgendwie, es gibt so, es gibt so Leute, glücklicherweise auch Leute, die keinen Scheiß erzählen, die es einfach so unfassbar schaffen, einen so zu hypnotisieren auf eine Art und Weise, was total gefährlich ist hier und da. Aber ich finde, ja, Flair ist nicht zu Unrecht irgendwie bis heute so ne, immer noch präsent einfach, weil der ist, der ist halt, das ist, der ist als Figur zu, zu spannend, als, als dass er sich irgendwie selbst, ähm, ja, als, als ob er sich, als ob er gehen könnte, als ob er einfach von der Bildfläche verschwinden könnte. Ja, voll, da bin ich bei dir. Also, das interagiert ja so ein bisschen auch mit dem, was ich, äh, was ich vorher mit diesen Fußballstars der 90er gesagt habe. Es gibt keinen Filter für Flair. Er administriert sich zu 100% selbst. Ich unterschreibe alles, was du, was du gerade gesagt hast. Und man darf auch nicht vergessen, äh, er sagt ja Dinge, er ist ja sehr selbstdefinitorisch. Also seine eigene Religion, seine eigene Grenze, äh, das ist ja was, was, äh, was viele eben haben, ja, diese, seine eigene Moral. Und dadurch entstehen Gedankenwege und Prinzipien, er hat ja auch gerade mit solchen Leuten auch gesprochen, also es gibt ja Interviews mit Ken Jebsen, äh, ein Gespräch zwischen Flair und Ken Jebsen oder Serdar so Mundschuh. Das war mir dann aber, ehrlich gesagt, zu viel, ne? Ich weiß, dass es das gibt und ich kann mich auch an die Szenerie erinnern. Also irgendwie werde ich da mal reingeklickt haben oder einen Screenshot davon gesehen haben. Aber das ist mir dann echt too much. Ich kann mir kein, kein Gespräch von Ken Jebsen und der reinziehen. Sorry. Also, beim besten Willen nicht. Egal, sorry. Ja, klar, das wäre dann wie so ein Dialog zwischen schon wieder Hitler und Björn Höcke. Das wäre einfach, das geht da nicht. Das ist, äh, das ist zu krass. Und wenn ich sage mit, mit diesem, äh, mit diesem, wie bin ich denn darauf gelandet? Natürlich hast du recht. Ich bin aus dem von dir ausgeführten Grund da gelandet und das, äh, das ist, es interagiert, auch interessant mit, mit gesellschaftlichen Debatten über viele KünstlerInnen, die aktuell, oder die letzten Jahrzehnte vor Gericht standen, die letzten zehn Jahre. Ja, ob das nun der, äh, der aktuelle Rammstein-Eklat ist oder viele andere Künstler, die debattiert wurden, die entweder moralisch-verwerfliche Dinge juristisch nachgewiesen getan haben oder freigesprochen wurden, wie jüngst erst, äh, Kevin Spacey zum Beispiel, ähm, äh, aber wo irgendwie das im Raum schwebt, wo klar ist, diese Person ist ein abgefahrener Ort oder der Kopf dieser Person ist ein krasser Ort, äh, wo viele Dinge auch irgendwie im Argen liegen, wo Genie und Wahnsinn nah beieinander ist und wir wenden uns immer, auch geil, das ist dasselbe Interview, wo ich jetzt Referenz drauf nehmen kann, wo Tarek gesagt hat, von KIZ, er mag keine Interviews, äh, der gesagt hat, Kunst faszinierend zu finden oder Person faszinierend zu finden, heißt nie diesen inhaltlich zuzustimmen, zum Beispiel, ja, und das ist so ein Grenzbereich, den ich natürlich finde ich extrem geil, dass wir eine riesengroße Bubble an Rap haben, wo einfach extrem integere Leute unterwegs sind, ja, also, dass ich die Möglichkeit habe, Leute zu interviewen, wo ich sage, es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass das ein Arschloch ist, ja, äh, also das ist eine, eine große Bubble, in der ich mich super wohl fühle und trotzdem passiert es halt immer, dass ich mich auch, egal ob, äh, in welchem Kunstbereich, ob das nun filmerisch oder musikalisch ist, nicht komplett freimachen kann von Leuten, die, wie du das gerade definiert hast, eine große Anziehungskraft besitzen, kreativ interessant oder eben auf der Persona basierend interessant, die auch, ja, ja, sag ich mal, Aspekte mit sich bringen, die absolut nicht feierbar sind, aber das finde ich eine wirklich, wirklich gute Aussage von Tarek, ähm, ähm, dass man, also irgendwie, dass Kunst gut zu finden, nicht einhergehen muss mit inhaltlich zustimmen und irgendwie an den Punkt, äh, in meinem Leben zu kommen, war, war, ähm, ganz schwer und mit, mit vielen inneren Kämpfen auch verbunden, ne, weil ich auch eine Zeit lang so sehr, sehr, ähm, 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 agitativ durch die Welt gelaufen bin und wollte alle meine Freunde von meinen, meinen linken Standpunkten überzeugen, die ich, selbst erst frisch mir angelesen hatte oder, oder in Debatten angeeignet hatte und so und, ähm, und, äh, das ist jetzt schon eine Weile her, dass ich da so sehr, ähm, ein, ein enthusiastischer, äh, junger, äh, Linker war und, ähm, und dann irgendwie an den Punkt zu kommen, weil das war natürlich auch der Moment, wo ich jeglichen, äh, äh, Rap oder jegliche Musik, die irgendwie sexistisch oder in anderer Weise, nicht klar geht, auch aus meinem Leben verbannt habe, aber wieder an den Punkt zu kommen, ähm, ähm, zu checken, okay, ich kann Sachen, die ich irgendwie offengestanden feier und die mich anziehen und die irgendwie irgendwas haben, wo irgendwas ist, ich kann das auch hören, auch wenn es, auch wenn ich inhaltlich damit nicht übereinstimme, es hat lange gedauert, es war ein harter Kampf, aber das ist total, total wichtig, aber auch das hat natürlich Grenzen, weil wenn jetzt mir irgendwer in meinem Freundeskreis erzählen würde, so, ähm, ja, ich höre den ganzen Tag freiwillig oder, 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 oder was weiß ich, oder so, ähm, dann fände ich das schon wieder schwierig, tatsächlich, ne, und auch da kann ich, wie, wie, das ist der gleiche Punkt, wo wir eben waren, auch da kann ich für mich jetzt nicht so eine klare Grenze definieren, hier ist die, die ist so super, super subjektiv und von mir selbst abhängig und es gibt definitiv auch irgendwie, ähm, also was halt einfach so, so sexistischen Scheißrap angeht, eine Grenze, da, da kann die Mucke noch so geil gemacht sein, da hört es dann einfach bei mir auf, so, und, ähm, ja, ähm, aber, aber ganz, ganz, es war sehr, 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 sehr wichtig, da eines Tages an diesen Punkt, äh, wieder zu kommen und ich bin da auch anhaltend der Meinung, dass man, dass man das trennen muss irgendwie. Voll. Das interagiert tatsächlich auch mit einer Möglichkeit für die Antilopen-Referenz. mir ist das, mir ist das aufgefallen, wenn ich mal die Tracks Beate Schäpe hört, äh, U2-Vergleiche mit, äh, von Kolja, was natürlich auch sehr Kolja-lastig ist, wie du vorhin gesagt hast, äh, mit Nazis rein. Es gab da, es gab da, es gab da, glaube ich, äh, Videoformate zum ALG-Sampler, wo Freunde oder Menschen aus eurem künstlerischen Dunstkreis in die Tracks reinhören und, äh, so ein bisschen dazu Stellung beziehen oder, äh, ihre, ihre Meinung kundtun oder einfach, wie sie das fühlen, wahrnehmen, äh, geil finden. Und ich glaube, Krim hat, äh, hat zu dem Track Nazis rein eben auch nochmal konstatiert, erst mal wohlwollend, aber eben als eine Ausführung, er glaubt, es ist schon wichtig in gewissen Orten von Deutschland, dass jemand klare Haltungen oder klare Kante bekennt, ne, zu, ja, auch sehr komprimierten Wahrheiten wie A, C, A, B oder Nazis raus. Und, äh, witzigerweise, um die Zeit rum war ich hier im Conny Island in Leipzig auf einer Jam, äh, von jüngeren Sprechgesangsartisten, die das so veranstaltet haben, also die waren alle so Anfang, Mitte 20 und da waren diese klar formulierten Botschaften auch noch sehr präsentiert, sowohl im Publikum als auch auf der Bühne und das interagiert so ein bisschen mit dem von dir beschriebenen Narrativ, als die Inhalte noch jung und frisch waren. Das ging mir nämlich auch. In meinem ersten Jahr als Veganer, ey, komplett sozial unverträglich. Also, mir tun jetzt schon meine Freunde leid im Nachhinein. Ähm, auch in der ersten Zeit, als ich, äh, links, also, sag ich mal, das linke Weltspektrum für mich entdeckt habe, ging es mir genauso wie mit dir. Und das ist auch, glaube ich, wichtig, ja, äh, äh, dass, dass sich überhaupt so eine Betrachtung formt, Ansichten konsolidieren, Werte überhaupt definieren und ausprägen können. Äh, und dafür, dann wird es immer interessant, welche Generation oder welche Menschen in welcher Lebensphase zueinander stehen und gerade miteinander reden. Es bedarf da sogar, glaube ich, fast eines intergenerativen Dolmetschings, entschuldige die Formulierung, du darfst mich anzählen, ähm, alles gut. Ja. Äh, irgendwie sich bewusst zu machen, dass man als 35-Jähriger gerade einen Anfang-20-Jährigen vor sich sitzen hat, der das alles gerade neu entdeckt hat. Ja, voll. Und, ähm, also, es gab ja auch eine Phase, äh, die war jetzt gar nicht so lang, aber wo eigentlich so jede Hook, die wir geschrieben haben, einfach nur aus einer Parole bestand, die wir auf einer Demo aufgeschnappt hatten, so, ne? Und, ähm, und ich glaube, in, 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 in der bestimmten, oder, äh, also, in bestimmten Momenten, in denen man sich befinden könnte, vielleicht einer politischen Sozialisation oder so, ist es auch total wichtig, dass es, dass, dass es da, Du hast Sozialisation gesagt. Entschuldigung. Ähm, dass es die, dass es da die entsprechende Mucke zu gibt, ne? Und ich glaube dann, dass, dass man halt gemeinsam Parolen schreien kann und sich auch gemeinsam auf die Schulter klopfen kann und sagen kann, oh, wir haben Recht und so. Aber ich bin für mich selbst halt irgendwann an den Punkt gekommen, wo es, wo es mich, äh, unfassbar gelangweilt hat. Also, ich muss mir nicht den ganzen Tag Musik anhören, die mich in meiner Meinung bestätigt. So, das, das, das brauche ich nicht so. Also, im Gegenteil, das würde mich zu Tode langweilen, so. Ähm, und, ähm, ähm, ich fahre noch auf einen anderen Punkt, äh, äh, aber das habe ich jetzt vergessen. Scheiße! Kollege Hartmann, mit dem habe ich ja auch einen, einen Podcast, der hat, äh, angefangen, finde ich ganz fasziniert, sich einen Zettel auf den Tisch zu legen und während meiner Ausführung, äh, äh, Dinge aufzuschreiben, damit er darauf wieder Referenz nehmen kann. Ich kann es total nachvollziehen. Ich sollte das auch so machen, aber, äh, es kommt jetzt gerade nicht wieder rein. Manchmal kommt es auch wieder, du darfst mich sofort unterbrechen. Also, das Hirn, das Hirn ist ja ein faszinierender Ort. Ähm, genau, ich glaube, du sagst relativ gut, es ist, äh, zwei Sachen. Es ist Kunst und das ist mir irgendwann auch aufgefallen und es gibt, ich nenne es jetzt mal linke Kunst, die einfach cool ist, weil in Sprachbildern und in interessanten technischen Variationen Dinge so rübergebracht werden, dass die Grundwerte mitschwingen, aber dass sie trotzdem immer noch als Kunst interessant ist. Und dann, und das meine ich überhaupt nicht despektierlich, gibt es eben einfach so referatsartige Kunst. Die tragen, was du gesagt hast, die ist jetzt nicht schlecht, die ist anders und manche mögen das halt, ne, wenn, äh, Dinge, Grundwerte und, und grundlegende Ansichten, die man halt schon vor langer Zeit für sich definiert hat, einfach im Versreiben auf 90 BPM runtergerockt werden. Klingt doch despektierlich, weil ich einfach eine polemische Haltung dazu habe, ne, aber, aber die spricht einen dann halt weniger an. Ja, voll. Das Lustige ist ja, ähm, dass, das glaube ich, in der öffentlichen Wahrnehmung die Antilopen-Gang für viele genau das macht, obwohl, und ich hoffe, du bestätigst mich, wir tun's ja eigentlich schon 15 Jahre nicht mehr so, aber viele denken halt, wir sind so, dass, ähm, das, das Rap-gewordene, äh, Flugblatt, so, und ich frage mich mal, wie, wie konnte das passieren, ähm, und finde ich, finde ich unheimlich faszinierend, dass wir für viele so, das, das verkörpern, wo wir eigentlich sehr, sehr früh gesagt haben, oh, da haben wir gar keinen Bock mehr drauf. Und ich weiß jetzt tatsächlich auch, äh, das faszinierende Gehirn wieder, was ich eben sagen wollte. Ich wollte nochmal auf diese, ähm, was Grimm zu, zu, zu Koya Song, ähm, ähm, gesagt hat, darauf eingehen. Ich kann, kann und will nicht für Koya sprechen, aber ich würde davon ausgehen, dass, dass er auch, ähm, die, die Aussage von, von, ähm, Grimm unterschreiben würde und nicht sagen würde, Haltung ist immer unangenehm, ne? Und es kommt, es kommt einfach unfassbar darauf an, wer, wer sagt es wo. Ich will jetzt nicht die, die Sprechort-Vokabel bedienen, aber, äh, der Kontext ist, ähm, ist, ist total wichtig, um, 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 um da irgendwie selbst, oder, um für mich eine Haltung dazu zu entwickeln, wie finde ich das gerade so? Und, ähm, keine Ahnung, wenn, wenn eine Band, ähm, die aus, 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 aus einer Region kommt, wo halt einfach ein riesiges Problem mit, 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 mit rechten Strömungen, mit rechten Parteien, mit, mit, ähm, einfach rechten Gedankengut gibt, wenn, wenn die halt, ähm, da vor Ort Haltung zeigt und, und sagt so, hey, wir, wir, wir halten dagegen und wir bieten hier auch einfach den, den Leuten, äh, etwas an, was nicht irgendwie diesen, diesen rechten Konsens entspricht, dann ist das unfassbar wichtig so. Und dann, ähm, würde ich auch einen Teufel tun, da was gegen zu sagen und zu sagen, oh, okay, langweilig schon wieder diese linke Selbstvergewisserung, sondern das ist total wichtig und, und unfassbar, äh, ja, Punkt, ist einfach total wichtig. Ähm, genau, aber an dem Punkt, wo, 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 so die, die bloße, wo die politische Haltung einfach nur so eine, so eine, so eine langweilige Selbstbeweihräucherung ist, die niemanden nützt, außer, außer einem Schulterklopfer, da, da bin ich dann halt raus, einfach so. Ja, ich glaube, es würde sich so anfühlen, wie sich in die zweite Klasse zu setzen und nochmal schreiben lernen zu müssen, ne, und das, äh, so, so betrachte ich das immer, Basiswissen, also man hat unfassbar viel, nicht nur, ich würde es nicht nur Basiswissen nennen, sondern Basisempfinden, ja, äh, Basisgerechtigkeitssinn, der sehr ausgeprägt ist und dementsprechend gibt einem das dann nicht mehr so viel, äh, im Kontext der Anti-Lupen-Gang, auch sehr interessant, Colcher hat sich in dem Talk mit dem, äh, im Album mit, äh, oder zu dem Talk, wo wir über das Album mit Bobby Fletcher gesprochen haben, äh, mag er äußern, dass er immer schon so traurig ist, dass eure Konnotation oder eure Etikette einer, einer linken Band euch mehr Absolution bringt oder mehr, was ihr dürft, als er, als ihm lieb wäre, also das heißt, er hätte sich schon zwei, dreimal ein Eklat erhofft, auf Basis dessen, was er gesagt hat, aber eure Etikette schützt euch halt auch sehr, ja, und, und, und dann können wir auch darüber reden, du warst vorhin bei oberflächlichen, höherer Innencharakteristika, die ja auch selbstverständlich sind, das heißt, äh, es ist so viel Musik da, Leute haben eine alltägliche Lebensführung und ich kenne auch, das ist nicht böse gemeint, ohne Namen zu nennen, hier in Leipzig, Menschen, die führen so ein ganz anderes Leben, als das der Antilopen Gang, inhaltlich gesehen, aber das ist auch viel Tourismus, wenn du groß wirst, das hat auch, äh, Danger Dan im Gespräch zu, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt, gesagt, äh, dass damals eben unter, die Formulierung fand ich geil, es waren unterirdisch viele Arschlöcher auf seinen Konzerten, was sich mit seinem Erfolg natürlich verändert hat, ja, ich habe das erlebt dazu, das fand ich Wahnsinn, also Beispiel Rammstein, da ist noch nichts bewiesen, aber ich kenne unfassbar viele Leute aus meinem Familien- und Arbeitskreis, die trotzdem ihre Konzertkarten, die sie vor zwei Jahren gekauft haben, einlösen und dahin gehen, weil sie sich auch inhaltlich nie damit beschäftigt haben, was Rammstein eigentlich macht, ab einer gewissen Stelle, ab einem gewissen Bekanntheitsgrad entsteht so ein Tourismus und ich glaube, ihr habt schon eine bedeutend weniger prozentual gelagerte, oberflächliche Hörerklientel, aber, äh, auch ihr seid nicht davor geschützt, wenn ihr einen Markenkern habt, der Markenkern der linken Band, dass der Tourismus eurer HörerInnen sich vergrößert und demzufolge auch, äh, das festigt, also dieses Bild einer absolut, absolut kristallin, progressiven linken Band, ja, weißt du, was ich meine? Ja, ja, ich weiß, was du meinst, aber man hat, ähm, und das ist ja auch okay so, ich will mich ja gar nicht darüber beschweren, also, ich verstehe schon, äh, was, was, was Keu ja meint, wenn er sagt, manchmal wäre es ihm lieber, dass, dass, dass einem da nicht dann alles durchgewunken wird, so, ähm, aber, äh, Fadenverlor, boah, ey, mein Gehirn ist heute, ich, äh, furchtbar, ich habe über Tourismus, alles cool, mir geht es manchmal auch so, mir geht es, deswegen rede ich auf einmal so viel, weil ich Angst habe, dass ich alles vergesse, ähm, äh, wir haben über Tourismus, über die, das linke Image gesprochen, ich habe auch kurz mal Rammstein als Beispiel, äh, aufgeführt, ähm, ach, du hilfst mir jetzt, du wirfst mir Stöckchen hin, dass mein Gehirn wieder da hinkommt, wo ich, äh, wie gesagt, ich bin gerade, ich habe, äh, komplett raus, äh, ich habe einfach komplett schon wieder meinen Gedanken verloren, ähm, Punkt, Lass uns über mein Buch reden, nein Quatsch. Jaja, das kommt auch noch, keine Sorge, das ist dann in der dritten oder vierten Stunde von Alles gesagt, ähm, ich, aber was ich, was ich auch nochmal interessant finde, es ist halt, es ist super herausfordernd geworden, ich weiß ja, wie ich Anfang 20 war, und jetzt auch um die Komplexität einer Gesellschaft nicht weiß, ich kann sie erahnen, aufgrund, auf Basis der Schwierigkeiten, wo wir gerade überall nicht zusammenfinden, ne, und dann werden die Begriffe, äh, wie soll ich denn sagen, links, rechts, Mitte, die können auch eine Blockade sein, weil das klassisch nicht mehr so definierbar ist, also das heißt, äh, das Ganze resultiert ja aus einer, aus der ersten politischen Bischofssitzung, wer, wie, wo am nächsten zum Bischof gelagert war, die auf der linken oder auf der rechten Seite oder in der Mitte, so hat sich das ja mal ergeben, so, und jetzt gucken wir uns eine Zeit an, in der, wenn wir das jetzt parteilich festmachen, viele, äh, Menschen, die die Linke mal gewählt haben, äh, AfD-WählerInnen geworden sind, ja, also das heißt, dass, äh, der Begriff links ist ja wirklich fast schon überholt, weil sich unter diesen ein Wertekonglomerat bildet, das Schnittmengen zur Mitte oder zu rechts abbildet, und das irritiert, glaube ich, viele, also ich glaube, diese Begriffe sind oder scheitern daran, die Komplexität einer Gesellschaft abzubilden, da sind wir mittlerweile angelangt, und, äh, eigentlich, eigentlich habe ich auch immer wieder den Impuls, ähm, so die, den Begriff links, ähm, rechts, wie man ihn verwendet, zu vermeiden, weil es, weil es in vielen Fällen nicht zutrifft, aber ich, ich benutze sie dann doch, weil es einfach im Gespräch dem Gegenüber klar ist, was ich meine, wenn ich, wenn ich, wenn ich von links rede, aber tatsächlich ist es ein schwieriger Begriff, weil, sagen wir mal, in, in der linken Partei sind einfach Leute, die sind so weit weg von meinen Standpunkten, ähm, dass ich mit denen eigentlich unter keinen Umständen in irgendeiner Schublade sein möchte, ne, und, ähm, 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 ja, tatsächlich hat sich das irgendwie, funktionieren die Begriffe gar nicht mehr so gut irgendwie, ne, und, ähm, jetzt wäre es tatsächlich super interessant, meine Bandkollegen, ähm, äh, irgendwie, wenn wir jetzt doch ein Antilopeninterview wären, weil die haben da ganz gute Takes zu, ähm, ich weiß, dass an der Stelle, ähm, zumindest in privaten Gesprächen, ich weiß nicht, ob es öffentlich tun würde, Daniel sich gerne mal auf einen, einen Text von Samuel Salzborn, äh, bezieht, wo er genau irgendwie über diese Begrifflichkeiten links, rechts spricht und, und, ähm, wie sie gar nicht mehr funktionieren und wie er irgendwie so eine Diagonale zieht, die sich dann beim Antisemitismus wieder trifft, sozusagen, ne, und, ähm, aber, äh, da bin ich jetzt leider der Falsche, um das an dieser Stelle irgendwie, ähm, genauer auszuführen. Ja, ich, du, ich habe in, ich habe in drei Wochen Geburtstag, ihr könnt mir einfach ein Reaction-Video auf diesen Podcast schenken. Ja, ich, ich glaube, das machen sich eben viele nicht bewusst, weil, äh, das so identitär aufgeladen ist, äh, dass wir eigentlich über Modelle reden. Also, das sind stereotypische Begrifflichkeiten, die in realen Situationen gar nicht zutreffen können. Das sind Theoriemodelle und man muss alles, das haben wir jetzt auch in der Definition von politischer, äh, ja, politischer Flagge zeigen, irgendwie zusammen festgestellt, dass das situativ sehr unterschiedlich ist, ja, und, ähm, ich weiß, wie das ist und ich will überhaupt nicht so eine Altersarroganz entwickeln, weil ich einfach unfassbar, ich habe in der letzten Folge ein Interview mit, äh, äh, Pogentroblem gemacht und da haben wir auch, äh, drüber geredet, dass es unfassbar coole, alte Menschen gibt und auch einfach extrem viele, äh, junge Menschen, die Penner sind. Beispiel, also nicht umsonst ist die höchste Anzahl der ErstwählerInnen FDP gewesen, ne, in der letzten Bundestagswahl, so, das ist, für mich eine geniale Überraschung. Übelst, ja, ich finde das, ich habe das gerade schon wieder total vergessen, aber, und da sind wir dann wieder so, so bei diesem, ähm, Komfortzone und Bubble Ding und so weiter, wo man dann, das ist ja so ein krasser Reality Check, weil ich gucke mich um, so, und irgendwie bin in, in Neukölln und Kreuzberg und, und so weiter unterwegs und natürlich in, unter meinen Freunden und so und niemand hier, ich, ich würde niemand sehen, wo ich sage, ah ja, das ist einer von diesen jungen FDP-Wählern, aber irgendwo sind die, so, und, äh, es ist total, es ist total abgefahren irgendwie, ähm, und muss man sich, glaube ich, viel öfter, viel öfter bewusst machen, so, dass man schon so, so eine sehr, mit einer sehr, ob man will oder nicht, mit einer sehr eingeschränkten Sichtweite durch die Welt geht und dass da einfach, dass da einfach so blinde Flecken existieren, die man nicht ausklammern sollte, so. Äh, ich glaube, ab tausend, ab tausend beginnt das Abstrahierungsverhalten der Menschen, also egal ob tausend Menschen, tausend Kegel, tausend Flaschen, alles, was tausend übersteigt, impliziert, dass du das nicht mehr greifen kannst, emotional oder kognitiv, das ist eine sehr große Zahl und in diesem Land leben, äh, ca. 82 Millionen Menschen, ähm, und dein, durch deine Lebensrealität geprägte Wahrnehmung ist dein Umfeld und das besteht ja aus unter tausend. Also selbst auf euren Konzerten, wenn du sagen würdest, okay, gut, das ist krass, äh, da sind die Zustimmungswerte ausgeprägt, aber die Menschen, mit denen du redest, interagierst und Co., die suggerieren dir natürlich diese Art von Lebensrealitäten. Ja, ich, äh, und unter den, äh, 3000 Besuchern unseres Konzertes oder knapp 3000 Besuchern des Konzertes in Jena, letztes Wochenende, war tatsächlich auch mindestens, das weiß ich aus verlässlicher Quelle, eine, eine FDP-Person, nämlich, äh, äh, ich will es jetzt nicht falsch wiedergeben, aber Katharina König hatte geschrieben, dass die, ähm, Oberbürgermeisterin da wäre äh, und die ist, glaube ich, eine FDP, ähm, Abgeordnete, aber ich habe das erst nach dem Konzert mitbekommen. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt was geändert hätte, wenn ich es vorher gewusst hätte. Ich glaube, ähm, Danger Dan hätte sicherlich irgendwie eine, eine ausufernde Ansage gemacht. Ich, ich hätte mich wahrscheinlich ein bisschen geschämt, aber zumindest inhaltlich grob zugestimmt. Koya hätte Fußball geschaut, neben, neben, nebenbei auf der Bühne. Ähm, ja, aber das, ne, also je, ähm, ich, also ich, ich denke, das bleibt auch bei uns nicht aus. Hast du ja selbst vorhin am Anfang des Gesprächs schon gesagt, dass wir, oder? Oder habe ich gerade einen Gehirnknoten schon wieder? Hast du nicht irgendwie gesagt, dass selbst bei uns irgendwie, äh, irgendwelche Arschlöcher zu vermuten sind? Das ist, äh, vor 15 oder 20 Minuten gewesen, damals. Damals. Ähm, damals. Ja, durchaus, ja. Ja, es ist halt auch interessant, äh, es ist, es wäre auch eine einfache Welt, in der Menschen eindeutig links oder rechts sind, ja, weil das Abgefahrene ist ja, wenn, oh, wie soll ich sagen, wenn Leute, die eigentlich das einfache Feindbild sind, auf einmal mit Konsensmenge kommen, mit Inhalten, ja, so, also wenn, was richtig weh tut, äh, ist, wenn Björn Höcke, als ehemaliger Lehrer, ja, schlimmster, ekligster, widerwärtigster Faschist, also damit jetzt nicht irgendwer irgendwas Falsches denkt, wenn ich Folgendes sage, aber als Lehrer tatsächlich zwei bildungspolitische Sätze bringt, die auf einer Linie sind, mit dem, was man selber empfindet, ja, und dann, äh, fühlt sich das kurz eklig an, und dann sortiert man sich aber mit dem Wissen, was man ja sowieso schon entwickelt hat, okay, das ist halt nicht unüblich, es kann eben sein, dass, äh, ja, dass mein Lieblingsgericht das gleiche wie von Adolf Hitler ist, ja, ähm, wir sind halt alles Menschen, ja, und, aber was du schon gesagt hast, es gibt signifikante Kontrastpunkte, an denen halt nicht verhandelt wird, also, äh, ein gewaltvoller Fasche zu sein, der fremdenfeindlich ist und über Deportationen von Menschen aus anderen Kulturkreisen redet, äh, der ist wirklich, also der macht es einem nicht leicht, äh, der macht es einem nicht schwer, ihn zu canceln. Nee, 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 überhaupt nicht, nee, nee, da, also, da ist die Grenze längst erreicht, so, da ist man auch nicht mehr kurz davor oder kurz, also kurz danach, sondern da ist sie längst erreicht, also, aber viel spannender finde ich, und, und, äh, da können wir selbst, wenn wir wirklich den, den Podcast jetzt auf eine Länge von, ähm, ähm, von, wie heißt dieser Zeit, Podcast, alles gesagt, alles gesagt, ich glaube, selbst da werden wir, und selbst wenn wir uns drei Tage hinsetzen, oder was weiß ich, und versuchen diese Grenze zu definieren, ich glaube, wir werden sie nicht finden, ähm, ähm, wo, ähm, also, diese, ja, however, ähm, ey, ich bin heute, es tut mir total leid, aber ich habe schon wieder mitten in meinem Gedanken gerade, ich kann den Satz nicht zu Ende bringen, ich bin ein bisschen, ich finde das so, ich finde das so liebenswert und authentisch, also zum einen geht es mir auch so, ich hoffe, du schneidest es raus, nein, Quatsch, lass einfach drin, das musst du mir sagen, ich mag die Leute ziemlich unverfältig, lass das einfach so, äh, wirklich alles gut, das, äh, es bin auch, ich in einer Nussschale, dass ich so mich, mich im Satz verheddere, dann noch verzweifelt versuche, ihn zu Ende zu bringen, dann sage, Scheiße, ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen wollte, also, äh, ich versuche es trotzdem jetzt nochmal, und eventuell breche ich wieder ab, wir waren ja eben auch schon ein, zweimal an einem Punkt, wo ich meinte, also zum Beispiel, als es um, um so was, was kann man denn in der Musik ertragen, obwohl es irgendwie an den eigenen Prinzipien vorbeigeht oder nicht, und, und das finde ich viel, viel spannender, als die Frage, ob ein gewaltbereiter Nazi, ob da eine Grenze überschritten ist oder nicht, sondern, wo, wo ist denn da die Grenze so, und ich glaube, ähm, die lässt sich einfach nicht definieren, das lässt sich wahrscheinlich nicht auf einem, auf einem Thesenpapier in Worte fassen, wo wir an so einer Stelle die Grenze finden, das ist, glaube ich, das, was ich ungefähr sagen wollte gerade. Ah, okay, herrlich, ähm, verstehe ich, es gibt ja auch, es kommt auch nicht nur darauf an, was gesagt wurde, weil manchmal muss man gewisse Dinge, das meinte ich auch vorhin mit diesen generischen Begriffen, zum Beispiel unter Generationen, Generation Z und die Boomer-Generation, das sind ja auch große Modelle, ja, und viele davon in den einzelnen VertreterInnen, die haben natürlich ihre Abstufung, das heißt, viele sind auch Reproduktion ihrer Zeit, ich habe gestern, das ist auch, wo wir vorhin bei 1000 Podcasts waren, einer, Verbrechen am Fernsehen, ist ein super toller Podcast, da werden so Fernsehsendungen aus den 90ern unter anderem ausgewertet und nachgespielt und da gab es eine Folge, Wetten, dass, in der, äh, ein Wettkandidat da gewesen ist, der gewettet hat, dass er mit, äh, S-Stäbchen 25 BHs aufbekommt, ja, so, und, äh, die standen, das war so eine Mallorca-Ausgabe von Wetten, dass, ja, das waren die Besten, das waren immer die Sexistischsten und, ähm, und natürlich hat sich wirklich ein rassistischer, und sexistischer Witz nach dem anderen aneinander gereiht, ich finde das fasziniert, weil in den 90ern, ich habe bei meiner Oma diese Sendung einfach mitgeguckt und, und fand das halt lustig, weil meine Oma, S-Stäbchen müssen, müssen ja damals schon völlig skurril für die Menschen gewesen sein, auf jeden Fall, ja, also, eine, so zwei Sachen sind hängen geblieben, das erste war irgendwie Thomas Gottschalk, der sagt, in China wird das umgedreht abgeschlossen, die Wette, da müssen sie es mit Gabel und Messer machen, ja, also, richtig schlimm, und natürlich standen da dann 25 knapp bekleidete, vollbusige Frauen da, und ich muss jetzt nichts zitieren, um zu sagen, dass da wirklich ein sexistischer Spruch nach dem anderen irgendwie passiert ist, das Publikum fand es geil, und damit will ich irgendwie nur sagen, natürlich sind das inhaltlich schwer vertretbare Komponenten, aber nicht umsonst reduzieren sich ja solche Formate auch, jetzt sind wir wieder bei Großformaten, weil die politischen Normative sich halt auch geändert haben, und ich finde, da muss man auch in Abstufung sehen, was ist wie Relatable-Kontext, du hast es vorhin gesagt, gewisse Dinge, No-Gos haben natürlich auch zeitliche Kontextualisierung, die man irgendwie betrachten muss, ja, ja, voll, ich erinnere mich, dass ich da irgendwann mit meinem Vater mal an irgendeiner Stelle, nicht gestritten, nicht habe, aber darüber geredet habe, ich glaube, ich hatte mich irgendwie das erste Mal kritisch, mit Esoterik und Steiner und so weiter beschäftigt, und habe ihm so ein bisschen davon erzählt, so dass ich Texte dazu gelesen habe, und das ganz interessant finde, und da habe ich gesagt, und das sieht man ja auch, ah ne, genau, wir sind dann, sorry, ich kriege es gerade wieder zusammen, wir sind dann abgedriftet von Rudolf Steiner zu Marx und Engels, in deren Schriften, die ja teilweise das N-Wort droppen und sowas, und ich dann gesagt habe, dass mich das so krass irritiert, und er gesagt hat, du musst es aber, du musst es, du kannst nichts anderes machen, als es in den zeitlichen Kontext packen, weil das heißt ja nicht, dass nur weil sie das Wort benutzen, und das aus heutiger Perspektive, wir das als rassistisch empfinden, und nicht klar gehen, dass der Rest drumherum irgendwie Quatsch ist, das heißt jetzt, mein Vater hat nicht Steiner verteidigt, weil der hat auch, glaube ich, ich glaube, darüber sind wir drauf gekommen, der hat auch irgendwie das N-Wort in seinen Text benutzt, und das fällt mir selbst natürlich an bestimmten Stellen total schwer, weil ich so, ich habe so ganz, was bestimmte Sachen betrifft, ganz feste Moralvorstellungen, oder Wertevorstellungen, von denen ich nicht abrücken kann, die aber zeitlich gesehen einfach mal ganz anders funktioniert haben, und wer weiß, vielleicht hören wir diesen Podcast so in 20 Jahren, und denken, was zur Hölle, haben wir den Tag geredet, an irgendeiner Stelle so, und ich wüsste jetzt nicht was, aber das darf man irgendwie, wenn man irgendwie Sachen bewertet, nicht ausblenden auf jeden Fall. Du hast recht, es könnte aber auch wirklich sein, dass wir, darauf nehme ich immer Bezug, das habe ich bestimmt schon in jeder sechsten Folge gesagt, meine Frau hat das irgendwo mal gefunden, das finde ich sehr interessant, die These, ich glaube, Marc Benecker hat es tatsächlich gesagt, dass das Gehirn eines Mannes, falsch, Menschens, wobei Mann auch passen würde, weil alle medizinisch validen Studien ja immer auf Basis von Männern passieren, also auch Medikamentenstudien, genau, dass der Mensch mit 50 dazu nehmt, zeigt sich neuronal auf konservative Denkensmuster zu beziehen, also das heißt, auf die Dinge zurückzugreifen, die ihr kennt, Beispiel, es gibt ja viele Dinge, die in den 50ern, Menschen, die in den 50ern jetzt auf einmal komisches Zeug erzählen, Morrissey ist so ein Beispiel, der sagt ja, der ist ja super konservativ geworden und sagt echt uncoole Dinge und, und davor habe ich Angst, davor, jetzt betreibe ich schon Präventivmaßnahmen, weil wie wir jetzt gerade reden, vielleicht sind wir ja in der Blüte unserer Weisheit, ist ja schon sehr differenzierend, wir stellen Überlegungen über die Gesellschaft an und wechseln so die Wahrnehmungsperspektiven oder die Blickwinkel, besser kann man es ja eigentlich nicht machen und das ist ja auch eine große Errungenschaft, dass wir so denken und fühlen dürfen, dass wir überhaupt das Wissen und das soziale Umfeld haben, in dem wir uns so differenziert denkend entwickeln durften, genau und ich weiß nicht, wie sind Habitate, ich meine, wir haben ja auch eine gerade sehr sich autokratisch bildende Welt um uns drum herum, wenn sich die Habitate verändern, also davor habe ich tatsächlich große Angst, dass man in 15, 16 Jahren denkt, oh Gott, was habe ich denn da probiert, alles auf einmal zu fühlen und wen zu berücksichtigen, das kann ja, also das strengt ja auch an, so wir intellektualisieren unsere Gefühle heutzutage, unfassbar und sehen diese ganzen abstufenden Schwierigkeiten und sind uns dieser Komplexität bewusst und das ist natürlich viel energieraubender als einfache Feindbilder oder die Welt in links und rechts zu trennen. Ja, absolut. Ich bin auch wirklich total gespannt, wie wir in einigen Jahren, in 20, 30 Jahren irgendwie auf das blicken, was wir so gesagt, gefühlt und irgendwie für uns eingeordnet haben. Das ist total spannend. Wenn bis dahin noch alles, wenn wir dann überhaupt noch irgendwas denken können, wir werden sehen. Wir werden sehen, die Welt hat sich schon mal so angefühlt oder oft so angefühlt, als ob es nicht weitergeht und es ging dann doch irgendwie weiter. Ich wollte jetzt auch gar nicht hier zu so einem Klimawandel-Weltuntergangsduktus anstoßen. Eigentlich wollte ich es doch, aber eigentlich will ich es auch nicht. Ich wollte es eigentlich nicht, aber ich habe es getan. Es ist irgendwie aus mir rausgekommen und dann habe ich mich selber erschrocken, weil ich eigentlich mich so dem, ich fühle mich dem gar nicht so nah, dieser Stimmung. Ich beschäftige mich damit, aber ich gehe auch nach vorne. Also ich will schon irgendwie, es war schon dunkel genug in meinem Leben. Ich gebe mir auch Mühe, das ist Arbeit. Ich will es konstruktiv sehen, solange das geht. Und ich fand aber geil, du hast mir einen kleinen Ball zugespielt. Am Ende kann man das ja mal tun, über dein Buch zu sprechen. Ich habe jetzt so ein bisschen, ich weiß, das war vorhin humoristisch, augenzwinkernd gemeint, aber ich meine mich zu erinnern, als du mich eingeladen hast, da ich gesagt habe, du, ich habe keinen Bock mehr, über mein Buch zu sprechen. Und dass du dann gesagt hast, nee, wir sprechen einfach über andere Dinge. Deswegen hatte ich das gesagt. Aber wir können, ich lehne das natürlich nicht kategorisch ab. Frag mich, frag mich, frag mich einfach. Ich quetsche das, ich quetsche das so hinten mit rein. Und man muss ja auch dazu sagen, als dein Buch kam halt raus, als ich dieses Format frisch begründet habe. Also tatsächlich habe ich mir dich in einer der ersten Folgen rein romantisiert. Ich dachte so, ich war dann sehr dankbar, Fat Tony für die erste Folge zu haben. Das war ein würdiger, wenn auch nicht ansatzweise an dich heranreichender Ersatz. Danke doch mal dafür an der Stelle. Zwinker, zwinker. Und jetzt ist es irgendwie cool, dass du so, jetzt wo ich mich schon ein bisschen warm gelaufen habe, in das Format reinkommst, so in die etablierteren Folgen. Und das Buch ist schon eine Weile weg. Ich habe es mir gekauft, weil dein Verlag mich ja hasst und mir kein Exemplar geschickt hat. Stimmt, wir hatten das versucht und du hast einfach keins bekommen. Ich habe es richtig gerne gekauft in der linksversifften Buchhandlung Connewitz El Libro, die sehr in deinem thematischen Duktus verortbar ist. Also Shoutouts an der Stelle. Den Händlerabgabepreis habe ich da wirklich passioniert über die Theke wandern lassen. Aber musstest du es da bestellen oder hatten sie es da? Ey, die hatten es da. Wirklich? Sie hatten es da. Das ist gleich um die Ecke vom UT Connewitz, wo du deine Lesung gemacht hast. Da wäre ich auch gern vorbeigekommen, aber es ging irgendwie nicht an dem Abend. Ich weiß gar nicht mehr, was los war. Ich habe es leider in meinem Kopf, also irgendwann bauscht man das ja auch so auf, aber ich bin da so aus dem Abend rausgegangen und es hat sich dann fortgesetzt. Ich hatte danach noch zwei, drei andere Lesungen, dass es schon leider die schlechteste war von allen. Ich weiß auch nicht, warum. Ich habe mich gefragt. Weil ich nicht da war. Naja, nicht nur, ob das daran liegt, dass du nicht da bist, sondern ich habe mich auch gefragt, weil ich natürlich vor allen Dingen auch so die Kapitel vorlese, wo ich so als sehr, sehr reaktionäre Person auftrete und mich auch hier und da irgendwie über so linke Gepflogenheiten lustig mache, ob das einfach in Connewitz da nicht so viel drüber gelacht wird. Also ganz ehrlich so, dass das einfach, dass man da so ein bisschen verbissener ist, was das angeht. Aber ich weiß es nicht. Es könnte auch daran liegen, dass das gar nichts, also vielleicht hatte es auch nichts mit Connewitz zu tun, sondern einfach damit, dass die Lesung in der UT die einzige war, wo ich auf einer sehr hohen Bühne saß und sehr weit weg vom Publikum war und dass dadurch irgendwie dieser Vibe nicht aufgekommen ist. Aber ich fand den Abend wirklich schwierig, weil es gab Lesungen, da lag ich zusammen mit dem Publikum am Boden vor Lachen und da ist der Funke komplett übergesprungen und in der UT Connewitz hat es leider so kaum funktioniert. Das war schade. Naja. Ich bin seit 18 Jahren Wahl-Connewitzer und bilde mir ein, ein nicht ganzheitlich, aber schon zutreffenderes, eine zutreffendere Analyse des Viertels und der politischen Stimmung zeichnen zu können im Vergleich zu jemandem, der das halt nur gehört oder mal da gewesen ist. Und ich kann dir auch wiedergeben, dass die Stimmung hier herausfordernd ist. Also zum einen ist sie geprägt von einer Soko links, die hier eingerichtet wurde und Hausdurchsuchung betreibt, auch super ungerechtfertigt, wodurch natürlich auch ein eindeutiges Feindbild vorhanden ist. Also das heißt, die Kontrastlinie oder die Trennschärfe zwischen Polizeistaat und links wird hier natürlich gerade aktiver herausgefordert, ja. Und natürlich aber, und da kommen wir wieder zurück auf die Antilopengang, die sich für mich absolut nicht kristallin in einer linken Definition, sondern in linken Graustufenbereichen aufhält, die ja der Realität auch gerechter werden. So, und da spreche ich auch deinem Buch zu. Und ich führe meine Gespräche mit Hinz und Kunz und lerne eben Leute kennen wie dich, die humoristische Affinitäten haben und natürlich auch die Komplexität der politischen Schwierigkeiten annehmen. Und demzufolge kann man mit denen auch mehr Konsens anstreben. Und dann treffe ich eben Leute, was ich auch nachvollziehen kann, die entweder sehr jung sind oder auf Basis ihrer Entwicklung eben sehr kristallin und schon fast radikalisiert im linken Milieu unterwegs sind. Was ich auch nachvollziehen kann. Ich will niemanden, jeder ist anders groß geworden oder zu dem gekommen, wie er ist. Von daher will ich da keine Anmaßungen besitzen oder zu sagen, so wie ich das jetzt ausführe, so ist es auch. Aber es ist selbst innerhalb der linken Bubble in diesem Viertel schwierig. Allein, weil man schon, da haben wir mal mit Katharina König drüber geredet, die Altveteranen, nenne ich sie jetzt mal, hier hat, die Konnewitz wirklich freigekämpft haben in den 80er und 90ern. Und selbst die haben schon Schwierigkeiten mit jüngeren Menschen, die teilweise den linken Aktivismus einfach dafür nutzen, hier Remi-Demi zu machen. Und so hat man einfach verschiedene Leute. Es kann sein, dass all diese unterschiedlichen gerade beschriebenen Typen und was dazwischen existiert zu deiner Lesung gefunden haben und dass eine Spürbarkeit aus der eben dargelegten Empfindung auch ein bisschen interagiert hat mit deinem Buch. Das kann sein, weil du hast ja vorhin über deinen Vater gesprochen. Das finde ich interessant. Also ich will nochmal ausführen. Ich habe versucht, dein Buch zu lesen mit großer Freude und großen Irritationen. korrekterweise muss man ja sagen, dein Buch und das von Martin Seliger. Ja, genau. Wir haben es zusammen geschrieben. Genau. Und bin immer hin und her. Also wie sagt er? Kollege Hartmann liebt das Buch. Er hat gesagt, das ist genau das Richtige, was er gebraucht hat zu dem Zeitpunkt, weil er einfach nur lachen muss und sich einfach nicht so viele Gedanken machen muss. Ich bin irgendwie anders gepolt. Ich war, ich finde das geil, einfach allein aufgrund der Sympathie zu dir. Ich habe echt viel gelacht. Das muss man mal positiv hervorheben. Aber es ist ja so eine Art Hybrid aus Autobiografie und Überspitzung. Also wie du zum Beispiel, warte mal, wie hieß das das zweite oder dritte Kapitel, wie ich Mitglied in allen Parteien wurde. Wo du ja auch ein bisschen humoristisch überspitzt von deiner politischen Findung erzählst, die du vorhin unironisch dargelegt hast. Und da ist es halt sehr Comic-Relief-artig oder schon fast karikaturistisch oder so eine Karikatur. Und von daher hatte ich diese Irritationsmomente, weil ich immer Schwierigkeiten, wahrscheinlich hatte ich die Idee oder den Anspruch, wirklich autobiografische Wahrheiten zu erfahren. Und man ist dann, aber das ist auch cool, immer am Rätseln. Was hat sich wirklich ereignet und was ist die Überspitzung? Das war ja auch mal ganz ursprünglich so ein bisschen das Konzept, dass man nie so wirklich weiß, wo übertreibe ich hier und wo ist Wahrheit. Es hat sich dann aber beim Schreiben relativ schnell gezeigt oder eigentlich gar nicht so relativ schnell, es hat sich im Laufe der Zeit gezeigt, dass es mehr Spaß macht, die Sachen zu schreiben, die komplett einfach drüber sind. Und dadurch ist das Buch am Ende so eine Mischung aus einer Mischung und einer Überspitzung geworden. Und das macht es noch mal komplizierter irgendwie, weil es gibt einfach, es gibt weite Strecken, da wollen wir einfach nur Gaga sein und übertreiben und es hat nichts mehr mit irgendwas zu tun, was in meinem Leben passiert ist und man will teilweise auch nur noch den Leser nerven und ihn triggern, dass das Buch weglegt und dann gibt es noch die Stellen, die übrig geblieben sind, wo wir genau dieses Spiel versucht haben und ich glaube, das hat es für manche Leute doppelt und dreifach schwer gemacht, irgendwie in dieses Buch reinzufinden. Also ich habe jetzt auch nicht nur durchweg gutes Feedback bekommen irgendwie. Also es gab ein paar Leute wie Kollege Hartmann, die gesagt haben, sie haben sich unfassbar weggelacht, sie fanden es richtig, richtig genial und das hat mich dann natürlich auch sehr gefreut. Aber mir haben auch viele Leute, gerade Freunde erzählt, dass sie es nicht ausgehalten haben, dass sie es auch nicht zu Ende lesen konnten und dass sie einfach nur genervt hat teilweise. Und ja, also irgendwie so, ich fand dieses ganze Buchprojekt in der Theorie total an, also hatte ich voll Bock drauf, als ich irgendwann mit Martin mir das so ersponnen habe, so komm, wir schreiben so eine bescheuerte Panik-Panzer-Biografie und in dem Moment, wo es dann veröffentlicht wurde und ich der Welt das irgendwie erzählen musste und selbst eine Haltung dazu finden musste, wurde es ultra anstrengend. Und ich glaube, deswegen habe ich dir auch gesagt, ey, lass mal bitte nicht über das Buch sprechen, ich will es für mich abschließen und ich will es auch so für mich abschließen. Ich bin einfach froh, dass es jetzt schon kaum noch irgendwie in meinem Alltag ich damit zu tun habe. Ich mache jetzt noch eine letzte Lesung in Wien im Volkstheater, Am 9.9. Oh wow, das weißt du sogar, ja. Ich war nicht auf deinem Instagram. Ich konnte die Einladung nicht ausschlagen, weil ich dann es zu geil fand, vom Volkstheater eingeladen zu werden. Aber irgendwie dann bin ich auch froh, wenn das durch ist, weil ich relativ schnell selbst genervt war und auch so von dieser Frage, die ich bis zuletzt nicht lösen könnte, wie trete ich denn öffentlich mit diesem Buch auf? Gehe ich in die Kunstfigur rein oder nicht? Rede ich von außen als Kritiker, der sich lustig macht über die Biografien anderer Rapper, also was ich natürlich auf keinen Fall eigentlich wollte, aber dann ist es teils doch passiert, rede ich über mich und das war einfach nur anstrengend, ehrlich gesagt. Das hat überhaupt keinen Bock gemacht. Ja, bin froh, dass es durch ist. Geil, aber es waren ja auch, also es waren ja scheinbar coole Lesungen dabei, wenn ihr zusammen auf dem Boden gelegen habt. Sagen wir mal, am schwierigsten waren Leipzig und Berlin und ehrlich gesagt, wo du es auch eben gesagt hast, ehrlich gesagt spiegelt das auch das wieder, was man eigentlich auch, wenn man mit Musik in Leipzig und Berlin auftritt, was man auch da gerne mal erfährt oder, also es deckt sich so mit den Erfahrungen der Antilopen-Gänge, dass das schwierige Städte sein können, müssen nicht, aber es können schwierigere Städte sein und der Rest war eigentlich ziemlich super, muss man sagen. Also gerade so, auch gerade die ersten Lesungen, ich hatte eine Probelesung hier in einem Café in Berlin, die war super. Dann habe ich am nächsten Tag sind wir nach München gefahren, haben da gelesen, das war auch fantastisch. So und die ersten, wo wir selbst noch einfach über unsere eigenen Witze gelacht haben, weil wir einfach selbst das Buch lang nicht mehr gelesen haben, da ist es auch richtig aufs Publikum übergesprungen und da war es ganz, ganz toll so und dann, dann kam glaube ich als Dritte oder Vierter kam Leipzig und ab da war so, ja, ist es schwieriger geworden irgendwie. Glaube ich, ja. Also was mir jetzt auch nochmal klar wird, ich habe es ja in dem Kontext schon mal gesagt, Leipzig jetzt mal auch abgedockt von der Antilopen Gang, wir sind halt im Wahlkreis 2 Leipzig, das Gallien, die linke Hochburg in einem sehr faschogeprägten Bundesland aktuell, also das heißt, die Anspannung hat halt ihre Legitimation, dass die Leute hier auch dazu angehalten sind, kristalliner Linksfahne zu bekennen, das ist wieder der Unterschied zwischen Beate Schäpe hört YouTube und Nazis rein, so dass man sich schon fast kaum, also Humor, insofern, nicht leisten kann, dass er missverstanden wird nach außen hin. Genau, aber das abgedockt vom Buch wollte ich einfach nochmal sagen, es gibt doch aber nichts Cooleres, mit Anfang 20 will man Folgendes haben, eine eigene Band, ein Buch geschrieben und eine Bar, wie man so schön sagt. Ich hatte ja wirklich irgendwann mal den Traum eines Cafés, ich glaube, den haben vielleicht viele auch geträumt, vielleicht ist er jetzt gar nicht so erwähnenswert, aber ich habe keine Bar und kein Café, aber ich habe eine Band und ein Buch. Das ist doch geil, oder? Genau, ich habe, Kaffee ist für mich ähnlich auf jeden Fall, also so ein Hotel nach eigenem Gusto gestaltet, Kaffee, Bar, das ist schon geil, weil man da halt auch gestalterisch, A, was die inhaltliche Ausrichtung angeht, die Karte, was man da so anbietet, aber auch Feng Shui-mäßig oder wie man das koppelt. Ich war in der Ostsee vor kurzem auch krass in dem einzigen veganen Restaurant in Zinnowitz und da war ein Bekleidungsladen mit drin und noch irgendwie fancy, fancy Gestaltungsgegenstände so wie Vasen und so ein Kram, also habe ich auch noch nicht gesehen. Mit Anfang 20 habe ich von einem Döner in einem Club geträumt, der so zentriert in der Mitte ist. Oh, genial. Mit Anfang 20 habe ich davon geträumt, mir mal einen Döner zu pürieren und den zu löffeln, aber ich habe es nicht gemacht. Geil. Hier in Leipzig ist schon mal jemand, in einen Döner eingebrochen, der hat aber nichts geklaut, der hat sich nur einen Döner gemacht und ist dann abgezogen. Ernsthaft? Das ist komplett genial. Durchtriebenes Genie. Genau, ja, also wie gesagt, ich habe dir das Buch alles andere als übel genommen, weil ich es halt irgendwie verstehe, feiere und ich habe auch natürlich wahnsinnig viele Bezugspunkte zu dir, die sehr sympathisch angereichert sind. Zu Ende gelesen habe ich es noch nicht, weil ich da pathologisch bin. Heißt, ich lese immer 15 Bücher auf einmal und davon dann immer, wie ich drauf bin, mal 30 Seiten und wie ich Zeit habe. Also ich bin da auch noch nicht durch. Das wird noch passieren. Dafür finde ich es dann doch zu spannend. Aber ich finde es vielleicht wirklich nur noch eine vertiefungswürdige Komponente. Abgefahren, wie du auch ganz ehrlich den Weg von deiner Ursprungsintention bis hin zur Reaktion der Menschen beschrieben hast. Und interessant ist dann immer, also die Frage soll jetzt nicht sein, würdest du es, wenn du zurückreisen könntest, nicht mehr machen? Weil das glaube ich nicht. Ich denke, du hast es gemacht, das war eine Idee, du hast es umgesetzt und ich finde, jetzt auch nur über die negativen Aspekte zu reden, schmälert auch die Leistung, weil das wirklich schön formuliert ist. Das ist, also ich habe wirklich bedeutend schlimmere Bücher gelesen. Ich habe mal in einer Eventagentur mit 19 oder 18 gearbeitet und da haben wir die Leipziger Buchmesse mit vorbereitet und da habe ich, weil ich zu der Zeit halt auch dort nicht einen richtigen Job habe, von den 20 Artists, die da zur Lesung erschienen sind, alle Bücher gelesen, inklusive das damalige Sarah Kuttner Buch und No Front an der Stelle, aber das war wirklich schlimm, also auch sprachlich schlimm und du bist Rapper und dem zufolge auch sprachaffin, so das kann ich dir in deinen Texten, die ich sehr kulinarisch auch genieße, attestieren und so ist auch das Buch, also es sind einfach schöne, gewitzte Formulierungen drin, die mir mein Leben schön gestaltet haben auf der Toilette, tut mir leid, dass ich es da vordergründig gelesen habe. Ich glaube aber, es ist also gerade für Leute, die sich länger auf der Toilette aufhalten, zu denen ich übrigens nicht gehöre, aber für die könnte, also die haben auch eine große Chance, dieses Buch zu Ende lesen zu können, weil man kann es Kapitel für Kapitel lesen, die funktionieren alle unabhängig voneinander, man kann auch mal das, mal das lesen, es hat keine zwingende, es ist zwar chronologisch aufgereiht, Kapitel, aber man muss es nicht chronologisch lesen. Ja, man muss dazu sagen, also ich würde jetzt auch nicht, ich würde nicht von mir weisen, dass ich schon auch irgendwie Freude an Sprache habe und glaube auch hier und da ein Treffer lande, aber ohne Martin hätte ich das so nicht machen können und wir haben auch relativ schnell auch so einen gemeinsamen Humor, einen gemeinsamen Witz entwickelt, der da, der irgendwie die Sprache des Buches ausmacht und ich glaube, das hätte anders ausgesehen, wenn ich es selbst geschrieben hätte. Ich glaube, ich hätte mich dann viel, viel schneller in so Formulierungen verkünstelt und nicht einfach mal so dumm, so einen dummen Witz sein lassen können. Der hat da schon einen ganz, ganz großen Anteil dran, dass es sich jetzt so liest, wie es sich liest. Geil. Ja, finde ich super. Pass auf, jetzt habe ich sogar fast den Faden verloren. Das passiert auch. Also ich wollte noch mal, es war eine abschließende Klausel, das Buch betreffend, oder mal, jetzt muss ich mir deine Antwort noch mal retrospektiv überlegen, weil da war was dabei, wo ich auf jeden Fall noch mich draufstürzen wollte. Die Formulierung Witz sein lassen. Ich denke halt, es ist ja auch was, was du vorher in der Form noch nie gemacht hast. Also es ist immer noch mal ein krasser Unterschied, wenn man seinen Trademark hat, Panikpanzer, sage ich in den Popschutz, ihr Penner, den Panikpanzer nicht hat. Wenn man, sage ich mal, eine Konnotation hat als Musiker, der Antiluppengang als Panikpanzer und dann literarisch auftritt. Also bei Irritationsmomente gibt es auch bei virtuosen MusikerInnen wie Helge Schneider zum Beispiel. Also wir haben auch mal einen Filmabend gemacht, wo jemand dabei war, der komplett gefremdelt hat mit Helge Schneider. Also im Idealfall finden einfach der Empfänger, der Sender und der Empfänger nach eigenen Geschmackspräferenzen zusammen. Wer zu einem Helge Schneider Konzert geht, davon wissen 99% der Leute, wo sie hingehen und was sie präferieren. Und du vordergründig als Mitglied der Antiluppengang bekannt, hast halt irgendwie auch was anderes gemacht, was Eigenes gemacht. Und möglicherweise haben sich dann halt auch kristalline Antiluppengang Fans in einer Fremdelsituation gefunden, weil das auch eine andere Sache war. Ja, also hundertprozentig. Ich glaube, das wird sehr, sehr viele irritiert haben und ohne zu viel darüber preisgeben zu wollen, aber das war natürlich auch so irgendwie Thema in unserer Band, inwiefern dieses Projekt irgendwie uns schaden könnte. In dem Moment, wo wir eigentlich ab und zu auch versuchen, jetzt nicht die Pizza Blödelband zu sein, komme ich so mit dem Überblödelbuch daher. ja, das ist, also ob das jetzt wirklich uns geschadet hat, wage ich zu bezweifeln, aber ich verstehe die Sorge und ich weiß auch, dass einfach Leute irritiert waren. Also ich habe ja auch nach Lesungen Zuschriften bekommen. Ah, krass. In Hamburg zum Beispiel. Wir haben, um zu beweisen, wie einfach es ist, ein Buch zu schreiben, haben wir vor jeder Lesung, also wirklich in der Stunde, bevor die Lesung angefangen hat, haben wir immer noch ein Kapitel geschrieben für die jeweilige Stadt und in Hamburg haben wir irgendwas geschrieben, weil gerade irgendwie die Klimakleber groß in den Medien waren, wo wir irgendwie uns auf das Thema bezogen haben und natürlich auch irgendwie sehr destruktiv da drangegangen sind und natürlich in so eine Position reingegangen sind, dass die Klimakleber alle ganz furchtbar sind und so weiter und dann schrieb mir ein Vater von zwei Kindern, der mit seinen beiden Kindern da war, dass er total überhaupt nicht weiß, was das soll und nicht weiß, ob ich das ernst gemeint habe und seine Kinder werden beide bei Fridays for Future engagiert und die hätten auch, die wären da ganz, ganz irritiert aus der Lesung gegangen, die wüssten jetzt gar nicht, was das soll. Ich hatte ehrlich gesagt, ich habe dem nicht geantwortet, weil mir das zu doof war, weil ich dachte, aus meiner Brille ist es so obvious, dass das halt alles ein großer Gag ist, was ist mit euch los, aber ich glaube, die Irritation kommt genau daher zustande, die kannten mich wahrscheinlich irgendwie aus dem Kontext Antilopen Gang und haben nicht damit gerechnet, dass da so sowas dabei rauskommt, dass da halt so ein, dass es irgendwie für die schwieriger sein wird, irgendwie zu erfassen, wo ist denn jetzt die Ebene, auf der wir es zu verstehen haben. Aber eigentlich, wenn ich jetzt gerade so drüber rede, auch mit so ein paar Wochen Abstand, mag ich das eigentlich ganz gerne. Also eigentlich ist es doch genau das, woran wir immer Spaß hatten, halt auch zu irritieren und es nicht immer allen recht zu machen. Und eigentlich finde ich das ganz gut gerade. Ja, voll. Also es ist halt, ich weiß das, ich hoffe, ich überhöre mich da nicht, ich weiß das zu 100% zu sortieren, das ist Graustufenhumor und je nachdem, wie bereit man ist und wie, welches Umfeld einen so formt und prägt, kann man das halt sortieren und manche kann das nicht sortieren. Also wie gesagt, ich habe schon irritiert Menschen Monty Python und Helge Schneider gucken sehen, was für mich wiederum irritierend war, woher diese Irritation rührt. Das kann ich zu 100% nachempfinden, aber man kann es ja auch nicht jedem recht machen und wenn ihr euch über aus marketingpsychologischen Gründen Gedanken macht, was euch schaden kann, dann interagiert das ja mit gewissen Moves auch nach Pizza schon, also ohne das Böse zu meinen. Ich bin zum Beispiel der Einzige, den ich kenne, der den Song Roboter mag. Also es ist jetzt nicht wie klug, mein Lieblingssong, aber der ist halt so dazwischen, Alben sollten mit Dramaturgien Sonne und Schatten spielen oder Licht und Schatten und ja, ich bin da halt gut gelaunt, ohne das Böse zu meinen, wie bei gewissen Kinderliedern, die ich mit meiner Tochter singe, die ja so und der hat euch ja auch nicht geschadet. Nee, geschadet hat er uns nicht, aber ich glaube, das ist einer von wenigen, wo wir uns mittlerweile einig sind, dass wir ihn nicht hätten aufs Album packen sollten, so und da kam auch relativ schnell damals so, die kam so, hä, was soll denn der Song? Aber Daniel und ich, wir waren riesige Befürworter und haben immer gesagt, das ist geil, das ist ein Hit, das ist voll eingängig, das ist mega und ist doch auch irgendwie, steckt doch auch irgendwie ein inhaltlichen Kern drin, der irgendwie total interessant ist, so und der noch nicht behandelt wurde und Kolja fand voll scheiße, ich glaube, es gibt ja manchmal, haben wir glaube ich auch bei dir schon mal im Gespräch mit dir erzählt, es gibt ja manchmal so Deals in unserer Band, der eine hat das, der andere hat das und dann tauscht man sowas aus und ich glaube, es gab irgendeinen Deal, vielleicht war es Roboter, kommt drauf, aber dafür kommt auch wie wir leben drauf, den Daniel irgendwie so doof fand, aber ich glaube, mittlerweile mit ein bisschen Abstand würden wir alle sagen, den hättest du nicht auf dem Album gebraucht, deswegen finde ich es voll abgefahren, dass du den magst, aber gleichzeitig hast du den auch gerade so auf jeden Fall so im Unterton auch so bewertet als so einen substanzlosen Happy-Hippo-Song, irgendwie, oder? Also ich weiß, übrigens muss ich kurz zitieren, das hatte Kolja im letzten Interview auch so geil, euch getrennt voneinander zu interviewen, auch gesagt, dass er feiert, wenn einer von euch eigentlich kein Befürworter eines Songs ist, wie Danger Dan zum Beispiel von Songs abseits eines Themenspektrums, wo er aber mal die geilsten Ficker-Parts draufbringt. Das ist so krass. Also das gibt es oft, dass man sieht, okay, die Affinitäten liegen woanders und wahrscheinlich aufgrund so einer Egalität, also weil man sich da nicht so wichtig ernst nimmt oder nicht so verkopft rangeht, entsteht wahrscheinlich irgendwie da eine Leichtigkeit, die andere Kreativität erzeugt, die jetzt, keine Ahnung, Danger Dan auch zu einem guten Battle-Rapper machen, wenn ihr mal einen Battle-Track macht. Das ist das eine Thema. Und ich, nein, ich mag Dinge entweder oder nicht. Also ich mag den unironisch, den Song, aber ich weiß ja, das habt ihr mir ja auch schon gesagt, dass so ein Album ist ja nichts, was ihr leichtfertigt in die Welt schleudert. Ihr macht euch da Gedanken, ihr seziert einzelne Formulierungen und Betonungen, also sowas meine ich, mich erinnern zu können, dass ihr das schon gesagt habt. Und dann landet dennoch ein Track drauf, den ihr jetzt im Konsens so nicht mehr draufpacken würdet. Also das heißt, es erschien euch einfach zur damaligen Zeit richtig. Ja. Ist aber, ist so ein bisschen konträr und da sind wir auch wieder bei Tagesformen, aus denen heraus man Dinge unterschiedlich fühlt oder bewertet, ja. Passt aber eigentlich nicht zu dem Konsens, den ich euch jetzt andichte. Wenn ihr euch trotzdem Gedanken über die Gesamtstimmung eines Albums macht und deswegen habe ich den so nicht subjektiv aus meiner Sicht bewertet, sondern in einem Selbstverständnis schon irgendwie in eure Richtung so assoziiert, als ob ihr diesen Track eigentlich gar nicht so in eurem Duktus verorten möchtet. Dem konnte ich jetzt nicht ganz folgen wieder. Ich bin aber auch schon wieder im Kopf leicht abgedriftet, weil wir eigentlich einen super Bogen an der Stelle spannen können, weil wir eben darüber geredet hatten, wie wird man das, was man sagt und denkt, in 20 Jahren bewerten und wie schnell kann so ein Zeitgeist sich verändern und so weiter. Und manchmal braucht es halt nicht Jahrzehnte und Dekaden, sondern manchmal braucht es halt einfach nur zwei Jahre und alle sagen, nee, das war ein totaler Griff ins Klo. Wie ist das denn passiert? Aber vielleicht willst du mir nochmal kurz erklären, was du gerade meintest, inwiefern du jetzt erstaunt warst, warum wir den darauf positioniert hatten. Ich habe es nicht ganz gerafft. Nee, das weniger. Also du hast gesagt und das war mir jetzt ein inneres Bedürfnis, das richtig zu stellen, das ja meinerseits doch wie so eine unterschwellige Bewertung stattgefunden hat in einer meiner Ausführungen von vor vier Minuten. Und das war gar nicht so. Ich finde den lustig und gut, wie er ist. Der macht mir gute Laune, Punkt. Ich habe die Formulierung dann vielleicht unglücklich gewählt und gedacht, das schwingt so mit, dass ich mutmaße. Ich habe gesagt, der Track hat euch nicht geschadet. Und da schwingt ja unterschwellig mit, dass ihr da scheinbar irgendeinen Fehler gemacht habt. ja, und aber nicht aus meiner Bewertung heraus. Ich habe mir vorgestellt, wie ihr seid, wie ihr so ein Album auf die Beine stellt und dann rausbringt mit ganz vielen demokratischen Zwischenentscheidungen und und habe mir dann gedacht, die Antilopengang, wie sie miteinander spricht und ihr virtuoses Werk auf die Beine stellt, ist sich sicherlich einig, dass dieser Track so heute nicht mehr auf das Album kommen würde. Und daran, an dieser Imagination, die ich ohne sie auszuführen, aber in meinem Kopf irgendwie analog mitsprechen lassen habe, auf dieser basierend habe ich halt gesagt, er hat euch ja nicht geschadet. Verstehst du grob, wo ich hin will? Ich verstehe grob, wo du hin willst. Ja, grob ist schon mal gut. Ja, ja. Vieles hat uns nicht geschadet und doch geschadet. Irgendwie ist auch Quatsch, am Ende die Sachen so, also danach irgendwie zu bewerten. Quatsch. Man würde einfach bestimmte Sachen anders machen. Also wir haben ja auch irgendwie jahrelang irgendwie gejammert über unseren Pizzasong und so weiter. Natürlich würden wir den heute nicht mehr so machen. aber er hat uns nicht nur geschadet, sondern er hat uns auch sehr geholfen und hat uns irgendwie in eine sehr dankbare Position gebracht, dass wir irgendwie jahrelang irgendwie Musik so machen konnten, dass wir relativ sorglos das machen können. Da hat der Song auf jeden Fall keinen kleinen Anteil dran. und alles, was an dem Song dran hing, wie Aufmerksamkeit in bestimmten Medien, die man sonst nicht bekommen hätte, da dann halt einen Fuß in der Tür haben und dann halt auch mit etwas kruderen Sachen wieder in die Tür reinkommen, die halt nicht Pizza sind und so weiter. Ja, ach herrlich. Wir sind, also für mich ist das schon die meine persönliche Allesgesagt-Folge dieser Staffel, weil wir fast bei zwei Stunden Nettoaufnahmezeit sind und mit Intro und Outro. Ich finde es geil, weil gerade in der zweiten Stunde da entstehen die Orte, die für die Menschen interessant sind, diese 30% ZuhörerInnen, die bis zum Schluss dranbleiben. Kannst du das sehen? Hast du irgendwo so eine Auswertung, wo die Leute aussteigen oder so? Jaja, das variiert. Wobei ich muss sagen, ich bin manchmal eine Zeit lang bei Harti und mir zum Beispiel, wir haben ja auch echt viele Zwei-Stunden-Folgen gemacht, war ich überrascht. Dann bringt man so die aktuelle Folge raus und guckt sich immer so die Insights der letzten zwei, drei Folgen an. Und dann, ich war fasziniert, als ich jetzt beim Pogentroblem-Konzert den Arthur von Audio-Litz getroffen habe, der sagte, ah, ich höre immer deinen Podcast. mit Kollege Hartmann und der sagte irgendwie erst bei Folge 32 und wir sind bei Folge 60 geendet, dieses Frühjahr. Und da habe ich gesagt, oh, da möchte ich dir aber mal meine Hochachtung zollen, dass du chronologisch dranbleibst. Und er hatte gesagt, das macht er bei allen Podcasts. Das heißt, er hört aktuell Podcasts von vor eins, zwei Jahren. Und wenn ich tatsächlich in die Insights mal reingegangen bin von Folgen, die acht, neun Wochen alt waren, habe ich gesehen, dass die Menschen echt das teilen. also, dass die wirklich Folgen vier, fünf Wochen später noch zu Ende und weiterhören. Von daher ist meine Bilanz oder meine Bilanzierung nicht immer ganz gerecht aufgestellt, aber man muss schon sagen, es gibt auf jeden Fall Tendenzen von Folgen, die sind nerdy, die sind für die Ultras. Aber das habe ich mir auch gewünscht. Ich habe, wie gesagt, in unserem Treffen habe ich mir eine Panikpanzer und eine Edgar-Einfühlsam-Puppe gebastelt und habe gespielt, dass wir hier zwei Stunden zwei Stunden nerdy Das ist super creepy, das Bild, auf jeden Fall. Warum? Nein, das habe ich mir gewünscht und vorgestellt und von daher danke ich dir einfach, dass du mir diese Lebenszeit geschenkt hast. Das ist keine Flossgelder. Ich weiß das wirklich zu schätzen. Ich freue mich, dass wir es endlich hinbekommen haben. Wir haben ein bisschen zeitlich darauf hingearbeitet, wo denn endlich mal bei mir eine Lücke ist, wo ich dann auch wirklich kann und im Moment ist die Lücke da und dann habe ich auch Bock mit dir zu reden und ich fand dich auch, weil wir jetzt, ich sage das jetzt mal schon so halb abschließen, weil du ja auch schon so eben in der Verabschiedung halb warst. Ich fand dich auch über, sagen wir mal, 90 bis 95 Prozent der Zeit gut verständlich. Das freut mich wirklich. Ist ja auch was, witzigerweise rede ich immer mit euch darüber, mit Culture auch. in dem letzten Format und es generiert ja auch seinen Charme, aber vielleicht auch mein Dasein als Vater. Ich weiß nicht, ich war jetzt die letzten fünf Jahre, meine Tochter ist jetzt fünf, dazu gezwungen, meine Botschaften auch verständlicher zu formulieren. Ja, aus dem Vatertum heraus. Aus dem Vatertum, damit wollte ich dich nicht auf die Linie eines fünfjährigen Kindes bringen, sondern eher im Umkehrschluss. Es ging da rein um meine Verständlichkeit und Stringenz. Das wäre ja auch genial, wenn du mit deinem Kind nur so völlig unverständlich sprichst. Aber wer weiß, es fordert und fördert vielleicht ja auch ein Kind und das kommt dann auch so in die Grundschule und redet nur so geschwollen daher. Nicht, dass ich dir jetzt unterstellen will, dass du geschwollen daher redest, aber... Nein, ich habe da auch schon interessante Kommentarkämpfe unter meinen Videos erlebt über Menschen, die halt genau mir das andichten, dass ich eben mit Imponiervokabeln arbeite und Intellekt suggeriere und im Umkehrschluss, also die haben sich dann untereinander gestritten, ich habe das dann einfach passieren lassen, diesen Streit und im Umkehrschluss andere, die mich, so sehe ich mich ja auch selber als Freund von Literatur und Menschen, die rhetorisch fit sind, einfach als Passantik, Passionist von Sprache und ich glaube, ich würde das ein bisschen so bezeichnen, wie du das vorhin formuliert hast, mit diesem Einfinden in die politische Orientierung. Am Anfang ist man erst mal geflasht ab der vielen Ausdrucks und Artikulationsmöglichkeiten und frönt dieser auch erst mal und irgendwann sollte dann die Sortierungsphase kommen, dass man dann auch andere Faktoren mit einstreut, wie Stringenz, Nachvollziehbarkeit. Ach, wer weiß. Ich würde formell einfach dir, deiner Familie, deiner politischen Umgebung echt noch viel Spaß und Freude wünschen. Ich hoffe, ich wünsche mir, es war nicht das letzte Mal, wir sehen uns in anderer Zusammensetzung wieder. Das werden wir. Das ist wunderschön und dann sagen wir jetzt formell für die geneigten ZuhörerInnen erstmal Tschau-Kakau. Auf Wiedersehen und Tschau-Kakau. So, ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr bis hierhin die Lausche aufgesperrt habt. Bis nächste Woche Donnerstag zu einer neuen Folge. Wie am Anfang erwähnt, schaut doch mal in die Shownotes zur Spendenaktion dieser Staffel und helft mir für die Kinder und Jugendlichen im Abo-Wohnheim Kreuzberg in Wernigerode ein gezieltes Projekt zur Freizeitgestaltung zu finanzieren. Lieben Dank vorab für jeden Euro, den ihr fließen lasst. Dieses Format heißt zwar wie ich etwa einfühlsam, aber die schöne Musik in Intro und Outro stammt von Sounds Like Hugo, die Fotos von Videofilms und das Layout von Kanna Music. Ganz lieben Dank dafür. Das Intro wurde geschrieben und eingelesen von Freund und Psychologe Hans-Christian Puls. Als redaktionelle Vorarbeit möchte ich neben meinen Recherchen und Vorbereitungen außerdem dazu zählen die vielen schätzenswerten Gespräche mit meiner Frau, meinem Kind und jeden Austausch, Streit oder Debatte mit meinem bereichernden Umfeld aka den schönen Menschen, die ich meine Freundinnen nennen darf. Ganz besonders liebevolle Grüße gehen raus an Kollege Hartmann, Vandalismus und Gossenboss mit Z, die das Format, wie es final geworden ist, mit gebrainstormt haben. Das war's. Bis bald. Das war's. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald.